Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder World of Warships und zwar in Zufallsgefechten. Derzeit bin ich hier noch alleine unterwegs. Es kann aber sehr gut sein, dass da gleich noch der ein oder andere zustößt oder wenn ihr Lust dazu habt, mit in die Division zu kommen, egal ob ihr jetzt mit ins Discord wollt oder nicht, das könnt ihr selbst entscheiden, seid ihr gerne oder könnt ihr gerne mit dabei sein. Die Division, fast drei Personen und so folgt, so folgt. Alles klar. Dann gehen wir mal rüber ins Spiel und machen ein bisschen Musik dazu an und dann kann das losgehen. Ich werde jetzt mal das erste Gefecht hier mit der Gneisenau starten und ja, dann sehen wir mal, was es bringt. Zweifelsfalle gibt es sehr viel Wasser im Rumpf. Wenn ich das erste Mal. So, wenn inzwischen meine Stimme ein bisschen abtauchen sollte, das liegt einfach daran, dass ich etwas ergältet bin, aber hoffe, dass ich einigermaßen verständlich rüberkomme, trotz alledem. Also, der Auftrag, was haben wir denn für einen Auftrag? Die Nachbarn haben wir, oh mein Gott. Na gut, die Szenerie, die relativ, ne? Jeweils ein Flugzeugträger dabei. Das sieht doch eigentlich so aus, als könnte man es packen, oder? Ganz hart ist es meistens, wenn Zweifelflugzeugträger dabei sind und die zusammenarbeiten, dann hast du keine Chance. Da kommen die Torpedos aus einer Richtung. Wobei, wenn er gut ist, kann er das auch alleine. Torpedos aus mehreren Richtungen schicken gleichzeitig. So, alles dreht nach links. Da mache ich dann auch mal. Da mache ich dann auch mal nach links. Los, rüber mit mir. Volldampfvorauss. Also, Volldampf. Richtung Backbohr. Macht er da. Er wartet. Gut. Dann kann ich ihm ja getrost einmal vom Rumpf langfahren, ohne ihn gleich in der Seite stecken zu haben. So. Noch ist hier irgendwie sehr, sehr ruhig. Da kommt noch nicht viel. 21,3 Kilometer. Nimioko. Aber natürlich noch nicht dran. Ah, hier bin ich dran. Bin der Berg nicht wäre. Ah, da geht schon was. Die Leander kann man noch mal ein bisschen befeuern hier. Gar nicht getroffen. Ich habe die gar nicht getroffen. Wie geht denn der? Wie jetzt? Gegner ist das Schlagschiff gesichtet. Oh. Wie ist was draus? Hm. Die Heepa hat schon abgedreht, größtenteils. Äh, beziehungsweise versteckt sich. Die anderen sind aufgrund ihres Kurses einfach versteckt. Kommt was hier? So. Wo sind sie denn da? Guck mal. Eine King George. Kann denn das so? Noch eine? Öh. Öh. Komm mal. So noch nicht, du. So, du. Keiner wohnt nicht mal in Wahrstein hier. Ach so, ja. Die sitzen im Nebel. Die werden nicht gesehen. Okay. Ja gut. Das ist natürlich dann klar. Mal ein bisschen bei. Muss mich ja nicht hier reicher geben. Oh, so ein bisschen auf die Bayern schießen hier. Weil sie grad da ist. Abdrehen. Oh, die beiden kriegt Besuch von Torpedos. Das ist sehr schön. Und weg. Nein, noch nicht. Noch nicht so ganz. War vielleicht gleich. Mal gucken. Wenn ich sie jetzt geschickt treffe, dann habe ich sie. Naja. Aber wie ich dachte. So, die eine haben sie auf jeden Fall schon platt gemacht hier. So, die Bayern ist nicht mehr im Sichtbereich. Jetzt ist sie wieder im Sichtbereich. Sehr schön. Ich glaube, die bleibt da. Die dreht ab, ne? Die ist hinter dem Berg und dreht ab. Und die dreht ab. Traumig. Vertraut die sich dahinter raus. Wollen wir mal schauen. Was sie so tut. Das sieht mir ganz so noch aus, als würde sie sich dahinter verstecken. Ich glaube, das ist der Schlachtschiff zerstört. Kriegen wir. Ende der Bayern. Das ist der Schlachtschiff zerstört. Haben wir noch im Angebot. Die George haben wir im Angebot. Mal schauen, ob ich da dran komme von hier. Versucht auf jeden Fall, um mich ranzukommen. Na, schön, dass sie es versucht. Versuch macht klug, sagt man. Das ist ein Bergelehmweg. Und da ist noch ein New Orleans. Ah, drinnen, links, okay. Dann schauen wir mal. Immer schön dabei bleiben. Aufpassen, das bin ich nämlich gleich am Maprand. Und jetzt muss ich leider beidrehen. Ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt habe ich leider nicht mehr alle Geschütze in diese Richtung. Denn, warte mal. Kann man noch ändern. So. Dringen wir die Tür noch einfach mal auf die andere Seite. Dann geht das doch schon. Ah, die Bismarck ist auch noch da. Na, Mädels. Ich lege mich jetzt mit euch beiden an, glaube ich. Wenn ich das gar nicht beabsichtigt habe. Die Brenner. Ein Brand. Einnehmig in Kauf. Ich lege jetzt noch die Heckgeschütze dazu. Okay. Einmal reparieren. Während ich abdrehe. Von wem? Von wem bin ich entdeckt. Oh, ein bisschen auf die Bismarckfeuern hier. Oh. Hat sich da so zwischengeschoben. War nicht in der Hoffnung, dass ich auf sie schieße und nicht auf die andere. Naja. Schauen wir mal. So, und wieder Zeugen. Wo sind denn die? Flugzeug ist gar nicht mal so gut. Torpedos sind für ein Schlachtschiff meistens nicht so gut. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier im Angebot? Erst mal abdrehen. Wieder. Wieder eine King George. Gut. Auf 8,5. Wenn wir jetzt mal hinten rumfahren. Alter, was machen die für ein Schaden hier? Kann doch nicht wahr sein. Ungf. Macht die für ein Schaden hier. Bei mir. Drehen wir ein bisschen ab. Die Führung hat die Führung übernommen. Lassen wir mal die Sekundär noch ein bisschen draufballern. Und schlängeln uns mal so ein bisschen durch, ne? Ja. Das ist leider auf Kurs. Ja, die Haut ab. Die Sekundären Treffen leider nicht mehr. Mal gucken, dass wir mit den primären Ende machen. Und abdrehen. Und abdrehen. Abdrehen, abdrehen. Ah, festgefahren ist super. Ja, der hat nicht aufgepasst. Aber ich bin auch gleich weg vom Fenster. Irgendwie so ein bisschen. Wenn ich aufpasse. Die Miyoko macht doch schon ganz schön Schaden. Oder was war das dann noch? Hinter mir. Ja. Okay. Da ist ja kein Wunder, dass ich jetzt in der Aktion war. So als quasi letztes Schiff. Vorletztes Schiff. Das ist nicht zur Klasse der Flugzeugträger gehört. Dann haben die uns platt gemacht. Ja. So viel zu diesem Gefecht. Trotz Niederlage noch ein paar IP eingesackt. Gefällt. Naja. Nun ja. Das geht. Das, das, das können wir besser. Können wir besser. Aber hundertprozentig. Können wir das besser. Und sagen, ich hänge direkt noch eins hinten dran. Wieder mit der Gleisenao. Und diesmal. Will ich was sehen. Kein Flugzeugträger. Das ist gut. Auch wenn der mich diesmal nicht behelligt hat. Letztes Mal nicht behelligt hat. Trotzdem ganz gut. Ja. Guck dir das an. Nur einen einzigen Zerstörer. Nur einen einzigen. Und der ist auf der, ähm, gegnerischen Seite, sag ich jetzt einfach mal. Naja. Naja, 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 naja. Warum? Also es bringt. Weg hier, guck mal. Schon da angelegt. Im sicheren Hafen. Hier bleibe, können die mich da nicht angreifen? Schön wär's. Nö, nee. So, ähm, mal gucken, wohin sie so fahren. Da sieht man auf der Map eigentlich am besten, ne? Ruhiger Wasser. Vielen Dank. Verwichtigten Dank. Hm, 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 hm. Der nach links. Der nach rechts. Der nach links. Jetzt wieder klar. Die ganz linken fahren nach rechts und die ganz rechten fahren nach links. Verdammt. Und wir treffen uns in der Mitte. Ich glaube, der Schlachtverband mit der New York und der Nürnberg, ähm, ja, das sind, glaube ich, die, ähm, geordnetsten. Ich werde mich auch mal halt dann links orientieren. Ich glaube, das ist ganz gut. Hm, 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 hm. Korb,よろしくсе kinder ran. Ja, die, 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 die hier und die hier. Ja. Ja. Okay. na geht hier noch was sind noch die näher noch an die lander komm ich schon dran Mann? Yo. F***ing Senna. Hm. Joa, ich sehe sie weg. Die ist jetzt weg vom Fenster. Bums, bums. Wiedersehen. So, die nächste wäre die Graf Spee. Glaube, die ist nicht so schnell unterwegs. Noch eine Cleveland haben wir noch. Ah, die fährt ein bisschen zügiger. Entdeckt von 1. Boah. Ja, die war so klug abzudrehen. Hm. Nächste. Gar nicht drum rum gucken, sondern direkt wieder drauf. Äh. Mach keine Macken hier rein. Das ist ja auch nicht so schnell. Ich kann das auch nicht so schnell machen. Ich kann das auch nicht so schnell machen. Ich kann das auch nicht so schnell machen. Aber ich muss es zum Glück nicht. Wie kann denn das? Die Bayern ist näher. Ach komm, da können wir ein bisschen mehr Druck aufbauen. Was ist denn da für ein Feuerzeug unterwegs? Echt jetzt? Stimmt, die Leander. Ich kann das nämlich sehr gut. Geht's auch noch ab. Na? Ne, nü. Oh nü. Komm schon. Ah, sie dreht ab. Okay. Die dreht komplett ab. Ah, warte mal. Da ist noch eine Spee in Spee. Okay. Die dreht. Das war's für heute. Na komm schon, lag nach. Schlängert sich da so durch? Ja, muss ich sagen, nicht schlecht ausgewichen. Nicht schlecht ausgewichen. Das geht schon mal. Die Lander fährt jetzt hoffentlich vorbei. Einmal reparieren. Ah, weg gehst du. Verdammt. Ah, da ist sie wieder. Die verstecken sich aber manchmal, ne? Ich, da kannst du. Da machst du nichts. Wollen wir einfach mal rüber. Wollen hallo. Einfach mal rüber fahren und das sagen, so, komm. Ja, nicht getroffen. Kann ja nicht sein. Das kann doch nicht angehen. Ich hab auch noch eine. Ach, tatsächlich. Er schießt auf den Nürnberg. Okay. Verspricht er sich wahrscheinlich mehr Erfolgschancen von ihm zu versenken. Würde ich an seiner Stelle auch machen. Erstmal auf den Kreuzer. Nachtschiff dauert zu lange. Das überlebt er wahrscheinlich nicht. Der ist vorbei an dem. Oh, ein kleines Ding. Kleine Flunder. Ich hab die ja auch. Die ist, äh. Manche zählen richtig gut. Die treffen die gut. Aber sehr, sehr viele schießen auch wirklich dran vorbei. Das ist. Haben wir getroffen. Der Wahnsinn. Und er wird ernst. So, ich werde ja erstmal den Feuerzeug antworten hier. Torpedos direkt voraus von der Spee. Ein Rückwärtsfahren und ein Schiff haben wir da. Ne Fuso. Dann warte mal ein bisschen auf die Fuso. Ah, da ist noch was zerstörerisches. Da so, ganz fies. Ich muss noch ein bisschen abdrehen. Freundsche, abdrehen. Oh. Juhu, ich abdrehen habe ich doch gesehen. Alleine schon war die Spee wahrscheinlich jetzt von hinter der Insel da mit Torpedos auf den Weg jetzt. Alter, da ist sie nämlich. So, jetzt drehen wir ein bisschen bei. Und schicken wir auch noch ein paar. Mal. Mal. See. ?, Oh, die werden treffen. Alle vier, nein. Stimmt. Jetzt war die zweite, das war die andere Seite. Er hat erst von der einen, dann hat sie gedreht und die andere. Ja, stimmt. Stimmt. Verkalkuliert. Ich habe eine etwas längere Nachlagezeit gerechnet. Hm. So, dann. Also rein theoretisch, ja. Bitte da hinten jetzt gleich Ende. Leider. Ich glaube, die Graf, unsere Graf spiel, macht auch nicht mehr lange. Drohler macht sie alle fertig. Die ganze Flotte? Nee. Jetzt hat die noch nicht mal hingekommen. Ja, soll ich sagen. Wieder eine Niederlage. Insgesamt. Inwertung wieder so mittel bis etwas niedriger. Hände ich mich aus. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Hafen. Ich habe Lust auf ein anderes Schiff. Ich habe Lust auf ein anderes Schiff. Mal mit der Scharnoas ins Gefecht gehen hier. So ist das. Ja, mal gewinnt man, da verlieren die anderen, ne? Eher alles rum. Jupp. So, der Auftrag. A, B oder C. Und am besten alles drei. Kein Flugzeugträger dabei. Und los geht's. Ganz so flotte Licht auf der rechten Seite. Hm. Mal direkt die Türme nach links drehen. Zum Geier wo denn hier hin? C? Komm, fahren wir mal auf C zu. Passt schon. also wenn man jetzt auf die map guckt die eigene flotte so sieht wie schiffe so rechts links links rechts sicht wegdrehen wie das eigentlich sehr chaotisch aus ist er wahrscheinlich auch ein treffer ein trefferchen haben wir aber noch nicht getroffen jetzt gerät die oberdreht er vielleicht ist ja trotzdem noch ich bin ich ein bisschen beschleunigen dass ich wenn das gleich um die eroberung geht wenigstens mit in den bereich reinfahre gibt nämlich ordentlich punkte zum schluss und mit erobert hat es wird aber nichts glaube ich ich glaube die minst die ist fertig mit c bevor ich da ankomme obwohl doch könnte das könnte noch was geben nee wird nichts mehr und jetzt sich festgefahren das ist aber das ist aber übel dürfte ist das habe ich gesagt erinnert mich so an dieses wie ist das noch lümmel aus der ersten bank diese eine komische lehrer da das ist aber ganz öbel und beknappt kommt ja ein bisschen was kommt rüber und treffer treffer oder kommt von der königin königin elisabeth die wird mir jetzt erst mal vor dem buch schießen weil ich hier gerade eine vollbremse gemacht habe ich steht aber auch die verdrückt jetzt aber auch die und dann schicken wir doch einfach mal ein paar torpedos rüber gucken ob davon irgendetwas trifft wenn die nur länger auf der stelle steht dann mit sicherheit vielleicht fährt hier irgendwann auch wieder vorwärts lassen wir mal gucken ja sie hat die torpedos vorbeigelassen schade weg ist sie weg vom fenster jetzt hätten wir noch eine bayern im angebot die brennt da so schön vor sich hin und schon da will die um mich rumfahren so was aber jetzt nicht mit gerichtet so einmal hart rum ja ich würde sagen die bayern ist jetzt geschichte kriegte ich mich jetzt noch mindestens ein torpedor ab und dann war es das wenn ich da hinten noch was mit mit noch mal mitmischen nicht aber die ja um weiter komm ich dran und Das war's für heute. und ich schlängerte hier war uns gut da vorne schlecht zu treffen mal gucken was die north carolina die hat auch feierabend gemacht drei noch und knapp nein etwas mehr als 100 punkte 130 zu sein ja ich würde sagen dieses gefecht sieht sehr nach gleich gewonnen aus wenn jetzt nicht noch jede menge passiert ich habe jetzt noch gut am fackeln da kommt torpedos ich brauche jetzt aber nicht die sind aber in der anderen hier mal eine ordentliche reichweite und das mal sozusagen aber eine ganz ordentliche nicht schlecht immer schlängert sich durch ja und feiern ja das ist dann sieht nach punkten nach punkten so ist das schön so ganzen pluspunkte die ganzen freien ep das ist ja das einzige wo bin ich bei der schaden dass es anfangen kann was ich jetzt kommen so scheiße war ich auch nicht bei 29 mal getroffen na gut interessante wertungskriterien verstehe ich sowieso manchmal nicht dann möchte ich jetzt bitte das glück auf einen super container versuchen und kriegen das glück auf einen super container komm komm leider nicht normal aber mal gucken was drin ist klacken ein wunder so wenn bei ecco gibt es kann ich zwar eigentlich so wenig mit anfangen weil ich flugzeugträger nicht spiele aber gibt schlimmeres so mit der scharno ist habe ich die punkte gekriegt hätte ich jetzt gerne eigentlich mit der gneisen auch noch wenn ich echt geil jetzt ist auch schon ein 52.000 punkte ich komme der bismarck immer näher und immer näher ich nehme mal jetzt mal was anderes nehmen wir jetzt mal die 170 aber kleine schnelles man muss ja mal man muss immer flexibel sein sagt man ja gesagt immer schön flexibel sein obwohl wenn du kannst natürlich deine erfahrung natürlich jetzt immer nur ein ganz bestimmtes schiff spielst da kennst du das irgendwann wieder eine westentasche da kommst du mit wahrscheinlich im ersten klar und ist besser insgesamt ich bin ganz ehrlich immer nur ein schiff spielen das wäre mir persönlich zu langweilig ganz böse zwei flugzeugträger die jucken mich ja nicht so erstmal flugzeugträger da das heißt als erstes die sekundäre flugzeugträger und dann holen wir uns mal eben schnell zähne wo läuft und los geht's immer so ein bisschen hinter der insel halten jetzt dann wird man nicht so fix entdeckt außerdem sieht das so aus als wäre der ne der geht direkt an der insel vorbei der bereich 10 schade das hätte ich mich so hinter dem zipfe verstecken können währenddessen das habe ich schon wieder korrigieren erkennt dass das genau da will ich hin da wo ich hinfahre er hat es aufgegeben Dasí fest und rum 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 us ju und rum Bis jetzt ist noch nichts in direkter Nähe hier, aber gut, jetzt schaffen wir es dann der C vernünftig einzunehmen, natürlich, da kommt noch eine V-170, aber die ist weit noch weg, kommt in der Zeit nicht in Reichweite, ja, ne, mal wieder anfangen, so, der C ist unser. So, irgendwo war hier hinten noch eine V-170, die hat sich da hinten eingenehmt oder was? Na gut, na gut, na gut, ganz auf Flugzeuge, wo so spielt sich eher so bei A und W ab, das ist hervorragend. So, wenn ich hier ignoriert werde, gehe ich jetzt auf Flugzeugträgerjagd. Wenn, so wie ich das sehe, ist der ungefähr auf, ich sag mal, C, C8, C9 müsste der rum. Ja. Ja. Hier sind wir davor oder hinter der Insel. ist. Und von wem? Von was? Oh. Jo. Da vorne ist ein Zerstörer. Ah, und hinter mir ist auch noch einer. sehr geil. Ist der nicht? Er schießt nicht. Haha, sehr geil. Der macht gar nichts, macht der. Der liegt einfach nur da. Und macht mal gar nichts. Dann werde ich ihm jetzt Torpedos reinhauen. Ich glaube, der ist AFK oder so. So. Der macht gar nichts. Der lässt der Aliotop nicht. Der ist alles ran und siehst. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Nix macht er. So, und dahinter ist, da hinten ist der Flugzeugträger. So. So. Und den werde ich mir jetzt gönnen. So. Das sind beide Flugzeuge. Wie geil ist das denn. Warte mal. Wieso kann das denn auf mich schießen? Ich denke immer noch nicht nirgert. Wie geht's unserer Flugzeug? oder einer der hängt da gleich hinten drin das ist schon mal super torpedor reichweite ist erreicht das war ok der macht den da so dann kommen wir mal dass wir den mal ein bisschen mal rein sondern erstmal einer nicht gierig werden erst mal den 1 erst wenn der eine weg ist dann kümmern wir uns um den nächsten und die torpedos gehen nämlich hinten vorbei und spätestens der torpedor sitzt ok so der nächste wäre der gucken bei den kriegen ja wo kommen da noch torpedos ja flugzeug torpedos sind das flugzeug torpedos die sind nicht so schlimm den kann ich eigentlich recht gut ausweichen denke ich so ein bisschen beiseite und zack und na komm feuerlaufe und feuerlaufe und feuerlaufe und der macht auch nichts mehr nebelwand kann ich nicht legen das heißt ich bin jetzt gleich geschichte aber kann vielleicht noch einen versenken oder mal gucken vielleicht komme ich ja mit dem turbo hier noch weg ach die waren noch auf kurs ne die euren flugzeuge ja die waren noch auf kurs ja 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 yes baby dich habe ich auch noch also zwei flugzeugträger ein kreuzer ne zwei kreuzer ne ein kreuzer und ein vier versenkt das müsste doch eigentlich eine recht gute statistik geben und auch recht viel punkte dann gehen wir erstmal hier raus ab zum hafen nach dem nächsten gefecht kommen sollen das ergebnis angucken davon so dann die v 170 ist aufgrund noch nicht komm jetzt möchte ich mit der gneisenau anständiges gefecht hinlegen hier und hier 2 flugzeugträger wieder diesmal habe ich einen schlachtschiff gar nicht mal so gut so dalle ich glaube das gibt böse aufs auge aber wir werden sehen wir werden sehen was die show bringt so viele schöne ziehen und ich darf nicht aufschießen dann wollen wir mal weiter ich habe das gefühl wenn ich die schaden aus so von von außen betrachtet also nicht so selbst spiele dann denke ich immer naja aber wenn er so von außen betrachtet nämlich schnell dies und vor allem wie schnell die auf touren kommt ich schon wahnsinns kann kann man nicht anders sagen ein wahnsinns gerät so was naja gehört das schon und als nächstes wäre dann während der reihe eine panzer cola nur für mich allein wo ist das wo bist du da verschwindet die hinter der insel so kommen da raus immer auf halbe kraft man muss sich ja nicht sofort in erster schlachtreihe kämpfen aber gerade noch zu sehen sich eine leander da ist die panzer oder doch lieber fanta da sind so drei bis fünf gegner mehr ich gehe mal lieber auf station hier also nicht was ich wollte es sondern umdrehen abdrehen sozusagen gang komm 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 jικersien ah die panzer cola ist weg Konsequenzen Wenn er nicht mehr ok Herr schön wenn ich die auch wenn die mich dann auch nicht sehen würden aber das tun sie leider ist denn meine kamera so tief wenn ich das verstehen ach hinter mir ist noch ein schiff deswegen ich habe mich ja dann wundert warum meine kamera so tief hängt wenn ich aus dem vollzoomen wir hinter mir noch ein schiff ist folge den geschütz da ist sie die leander hallo komme ich nicht mehr dran wenn habe ich denn da den sang chor man wahnsinn ein wunderschönen und guten ich wünsche ich auch konntest du dich doch noch dazu ich komme noch bei dem live stream heute abend wäre ich noch gerne mit dabei ok ja das freut mich doch gehe davon aus dass du gleich damit in die division möchte aber sehr gerne schon jemand dabei heute ich habe doch gar keine aufgemacht also um die frage korrekt zu beantworten so und dann wollen wir mal auf die nagato also ich habe mit der shanhorst zwei gefechte verloren aber mit der mit der quatsch mit der gneise mit der shanhorst habe ich ein gefecht gewonnen mit der v 170 das gefecht das wird wahrscheinlich auch gewonnen sein habe ich gerade vier versenkt gehabt ich bin von hinten herangefahren und beide flugzeugträger platt gemacht ja fand ich auch also da hatte ich echt glück dass die genau da waren wo ich sie vermutet habe und dass ich sie platt gekriegt habe bevor mich die anderen geschütze alle weggemacht haben ja absolut irgendwie ist meine meine eine kamera einstellen komisch normalerweise wenn ich aus dem vollsoom rausgehen dann bin ich über dem schiff kann also kann also sehen was dann so um mich herum ist wenn ich jetzt auf freies umsehen gehe also die rechte maustaste drücke dann bin ich immer irgendwie hinter meinem schiff und sie nix irgendwie doof haben wir denn da die ranger in reichweite wie geil ist das denn das klingt ja ich bin noch nicht der erste der drauf schießt ihr schon leicht angeschlagen die ranger aus außer sicht dafür sehe ich eine nürnberg 13 2 gucken ob wir den zitadelle verpassen können egal der nächste schwung gehört der ranger einfach nur weil sie gerade da ist was im flugzeugträger und weil sie höchstwahrscheinlich jetzt gleich auf mich dann wird ja da sind sie schon die torpedos russbomben torpedos brand alles da alles da was nicht hingehört ich drehe mal ab kommen drehen meine türmchen rum da türmchen rum los 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 gabe ich direkt lande werden muss noch einen und weiter so rundherum ich denke dass die anderen genau damit rechnet dass ich jetzt da hinten um die rumfahre schaust du dazu gerade nicht dachte ich bin gerade bei dem hafen und die ranger ist weg vom fenster wurde entsprechend versenkt also ist genau da wo ein guter flugzeugträger hingehört unter wasser nicht habe ich damals falsch verstanden zumindest habe ich den mal so gespielt hat verkehrt sowas gegner werden gerade irgendwie fast reduziert das finde ich gut dann wollen wir jetzt mal aus dieser perspektive ist das super an der gneise noch ein besucher sie gegen sie sozusagen und ich habe mich mal auf die tier 7 beschränkt überwiegend bis auf einmal hatte ich mir so gedacht habe als vielleicht noch jemand dazu kommt weiß ich nicht ob ich bald hier sieben bleiben kann dann habe ich die nämlich schon mal durch habe ich jetzt mal für gut lang sie ein berg und sich ein berg die mir gerade ja guck mal das war doch gut wenigstens mal getroffen sie weg er kann nicht wahr sein eigentlich kein leben jetzt aber da war auch nix mehr dran an dem teil vollbremsung da ist es noch nicht so schön da ich jetzt vor mir tut eine beine rum die schießt auf mich wie dreist ist das denn wie dreist ist die frisst meine sekundären geschütze die ist vor dem sekundär reichweite finde ich gut nicht das und feierabend schicht im schacht die ball so zwei gegner noch eine tourn da hinten rum am arsch der welt und den anderen sehe ich nicht den flugzeugträger der ist gut weiß wo wahrscheinlich ziemlich weit und weit unterhalb der map ja doch also ich sag mal das wird ein schöner sieg wahrscheinlich ein bisschen mit der gneiser noch zwiesprache halten hier mit der anderen da schießen wir jetzt alle drauf ist das einzige schiff was sichtbar ist von den gegnern die arme sau das wird mich echt wundern so alter zweiter peters hat sie gefressen ist man oben wie das teil ja was gefährlich ist es ist halt immer noch ein flugzeugträger unterwegs ne ah so jetzt ist die gneisenau in meiner sekundär flack drin und meine sekundär hat sie nicht erledigt irgendwas anderes hat sie erledigt wahrscheinlich der brand oder so gott so thema durch nach punkten gewonnen sehr schön 3775 ep und 189 frei sehr schön war etwas sie was ich war auch schon mal letzter in der team wert und jetzt bin ich dritter sehr schön aber das ein gefecht das habe ich mir noch gar nicht angeguckt und zwar das muss ich mir jetzt einmal zu gemüte führen das gefecht mit der v 170 das war insgesamt eine niederlage ok wie ich sehe auch nicht wirklich sehr viele punkte gegeben 752 ep fehlversenken schiffen obwohl ich direkt am anfang raus geflogen bin kannst du sagen also als einer der ersten er ist gerade sie schon heftig das ist heftig so dann machen wir noch mal eine division auf die vision noch gleich zu machen so jetzt kommen wir der sache doch schon näher ja du machst ja schon ein vorschlag ich mache vorschlag ja eigentlich nicht wirklich weil du hast ja keinen sieben die ist einfach nur schon da gewesen das war jetzt war jetzt noch kein kein bewusster vorschlag nur ein unbewusst so als als bewussten vorschlag würde ich jetzt machen einfach weil ich damit noch die punkte bekommen kann 50 prozent des tages wäre die da aber in dem bereich dürfte es auch was haben wahrscheinlich sogar die sache ich suche gerade moment das kann ich auch einmal die v 170 und durch im doppelback das kann ja nur alter werden alter bis wirklich alter bis blub 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 das hört sich gar nicht nach dem guten strategisch cleveren plan an naja super sekt kommt auf an von welcher seite man das sieht es bleibt zu warten eben ein flugzeugträger gegnerischer seite die zu ja wunderbar ich sehe das recht wir sind die einzigen zerstörer unsere gegner drei wieso katze ist jaslav und nochmal ist jaslav und nochmal ist jaslav ab ab ja dann wir haben das problem dass wir da schlechte deckung aus den eigenen Reihen hat also sogar keine ja genau so ja gut dann gehen wir mal Gas in die richtige Richtung das ich habe dann vor 170 und wie sie darf drauf schießen nein schade ich verbiete mir das ja aber mir zu so dann wollen wir doch mal gucken dass wir zügigst a bekommen und dann vielleicht so am rand in b einlaufen können oder so so weit sind ja gar nicht auseinander eigentlich noch ist a neutral ja im moment noch die anderen beiden sind mir noch unbekannt das ist mein flugzeug auf und zu immer nach links weg nimmt vielleicht etwas zu entgehen dem flugzeug ich suche mal hier schutz hinter der insel ja das kann machen was ich will jetzt bin ich vom flugzeug entdeckt ich auch und da die iron duke dahinten fährt werde ich jetzt nebel machen und eine vollbremsung ja ich werde mich jetzt in meine eigene nebelbank hier ergehen so und da mal was in die richtung abschießen einfach nur so weil ich es kann ja ja du bist herzlich eingeladen mit meiner nebel beim platz zu nehmen ja guck wie viele schiffe dazu rennt lassen noch irgendwo torpedos haben ja wir waren von einem flieger ja ich habe meine sekundäre meine aa wer eingeschaltet ist ich habe sie auch im moment ich mache sie nur der volkan im moment habe ich sie aus und lass jetzt mal einfach hab jetzt mal nochmal ein paar torpedos in die richtung da geschossen ich glaube nicht dass die treffen aber egal ja das würde ich aber auch machen einfach so ein profilaktisch genau erforschen du weißt genau prophylaxe ne keine hof beruflichen spaß meistens auch nicht so bekömmlich bitte wer ist nicht bekömmlich ich habe es nicht verstanden meistens auch nicht ganz so bekömmlich so oder wollen wir mal ich werde jetzt mal das haben wir für eine sicht wie die eiligen jugend und x,3 eigentlich ein sehr gutes omen ich gehe mal auf die eiligen jugend schnappen jetzt einfach nur so weil ich es kann und weil die da gleich vor der insel lang zieht hauptsache sie fährt das mal der insel die fährt vor der insel wir hatten so einen schönen geraden kurs ich werde mich jetzt auch nicht zu erkennen geben und jetzt wird schon wieder abdrehen und lass mal meine fischig schön gerade ausschönen das war das wäre echt ein fieser Schlag dabei in der insel lang drückt die abdreht ab auch die dritt ab das aber doof muss ja noch mal hinterher fahren so was haben wir denn noch im angebot die jungen jogi noch da dann können wir der jogi noch ein von platzballern 8,8 8,3 8,2 die könig die kommt so nach 8,3 alles ich nehme die könig des tages ich habe momentan noch die jogi ok und wird jetzt dann mache ich könig jogi ja ja alles gut oh die ist auch getroffen worden jetzt durch irgendwas duke ja nicht durch mich durch irgendwann anderes so also ich habe jetzt die ich habe die jogi auf die auf dem jogi habe ich jetzt ein paar torpedos angesetzt und kommen jetzt mal von vorne um die insel rum ok mit den dann richtung kann man ja der könig gesammelt ins visier nicht ich werde jetzt ein bisschen ja nicht als kann die karte aber doch ich ja mach jetzt mal das mache jetzt mal also der erste einer scheint getroffen zu haben von meinen torps oder irgendwas anderes hat getroffen war das nicht warum war ich das nicht verbunden sekundäre sind heiß ja sind sehr heiß drehst du gerade drehst du jetzt von mir ab oder fährst du gerade aus weiter ich drehe nach links weg jetzt ok alles klar dann drehe ich mal so dass ich an dir vorbeifahren und gönn der jogi jetzt noch was sehr schön abdrehen und ich glaube die könig die hast du jetzt haben drei sind reingegangen ja von mir kommen andere welche aber ich glaube die gehen vorbei gehen vorbei schade die brauchen nachschlag ja die brauchen nachschlag das stimmt dann setze ich auch mal eine artillerie mit ein bisschen alles wird gut ja klar alles wird gut oh ich glaube ich bin durch irgendwas getroffen worden noch mal so und noch mal so brenne ich brenne vor mich hin und weg ist sie so wunderbar abdrehen abdrehen also ich die zweite vor 170 ramme hier so feuer ist aus sehr schön direkt vor uns iso katze ja und die ist ja ja klar voraus zum gefecht ja wir haben auch zwei große kreuzer zu rufen ja ich sehe es war aufpassen dass wir die weil wir jetzt aus der zweiten reihe feuer können dass wir die nicht mit treffen ich bleibe erst noch auf 18 ich bleibe definitiv bei torps oder bin bei torps aber gleich zumindest ich habe auch links um die insel rum ok torpedos direkt voraus aus und durch und durch vorpedos auf steuerbord oh ja vorpedos direkt voraus die hat sich festgefallen ich sehe ich sehe opel sind offen was auch immer diese bringen werden das sehen ich schleich mich von hinten heran ich schleich gar nicht mehr ok b gehört uns der träger ist verdächtig runter bremsen hier ja schön im b drin bleiben neben das ist mein b reinfahren ja vielleicht eine maßnahme komme sehr schön hier ruhig linke seite recht ernst wir planer was wer ist da die svetlana aber die ist gleich geschichte ok ich noch gar nicht ich sehe die nicht oha sind voll übertragen so so ich habe die zu hohe und zu johu zu johu zu johu zu johu zu johu verdammt ich bin schon recht nah dran was ich da kommen gleich torpedos oder gesehen dass du da rein ich glaube mit dem habe ich nicht mehr viel zu tun der flugzeugträger der wird noch interessant aber der der auch schon gut unter beschuss ist werde ich da glaube ich auch gleich mal mit meiner flacken bisschen mit drauf schießen hat sind und ich habe es auf dich abgesehen glaube ich daneben ja ja ich sehe ich sehe ich wollte eigentlich gerade hinter der insel rum fahren aber ich glaube das lohnt sich nicht der flugzeugträger ist jetzt geschichte den kann ich noch nicht mehr schießen glaube ich habe ich den noch aber ich habe ihn nicht versenkt das war ein anderer ja super gewonnenes gefecht das war ziemlich weit unten in der teamwertung aber vollkommen absolut schöne runde zum anfang naja dein anfang mein anfang war nicht so rauschend ja nee war da gebe ich dir recht aber guck mal du stehst recht weit oben in der teamwertung ja das ist nur deko es ist irgendwie ist das finde ich komisch ich finde ich finde diese die die bewertungskriterien weil das ist ja dem liegt ja eine formel zu gründen wahrscheinlich allerdings durchblicke ich die nicht so ganz ich weiß nicht ob die trefferpunkt man verursacht hat ich habe es auch noch nicht verstanden also bei mir ist jetzt gerade die v 170 die gneisener die scharnhorst da sind jetzt punktetechnisch sozusagen raus da habe ich jetzt meine 50 prozent eingesackt ich würde sagen leg mal was vor du weißt ja nicht über sieben wenn es geht ich habe ein neues schiff ein zweier aus der panacea panacea reihe ein zweier mhm ernsthaft wolltest du jetzt wirklich tier 2 spielen ich habe auch ein tier 3 aus der panacea flotte echt ja dann zeig doch mal wollen wir den mal rein ja dann weißt du schon mit was ich dazu komme könig ja ist auch ein ähm prämiumschiff könig albert so ja team auftrag sieht gut aus capture the flag ist immer so ein bisschen wenn du da kannst du viel verkehrt bei machen bei diesen punkte dingern da geht es eigentlich noch so wo weißt du was gut ist kein flugzeugträger diesmal ein einziger kein einziger oh was soll er das ist ja kein kaffee mehr so was ich das noch erleben muss ich habe diesmal keine kanne aufgesetzt weiße deswegen ich habe meistens eine kanne auf und stelle hier hin aber das habe ich diesmal nicht wollte mich nicht zu wach trinken manchmal spiele ich im halbschlaf ja auch nicht schlecht starte dann mal die maschinen das gefecht läuft ja auch erst eine minute lieber später ist ja ist was ganz drin ist man muss mir noch was zu trinken ganz ganz dringend die basics müssen gegeben sein ja da gebe ich dir recht die ganze flotte fährt rechts rum also alle waren irgendwie drehen rechts ab dann werde ich das auch mal tun das heißt du bist da vorne jetzt tatsächlich allein auf der flur kein thema an das worauf du da gerade war dass du hast da noch irgendwie ist ist jaslav rechts von dir ich weiß ja nie wenn man dann so im aktiven alternativen gefechtsmodus sich befindet dann ist das ja ja nicht immer sicher dass man sowas auch sieht so ein zwei drei vier türme sind ausgerichtet der fünfte turm dreht noch rum ich werde b verlassen vielleicht noch als gute idee obwohl b rot gerade der gegner ne wir haben 170 für uns mit drin trotzdem tickt er gerade hoch a b und c sind alle drei anfänglich rot zumindest bin ich noch im spiel im stillstand auf jeden fall aber rot aber warte mal nicht doch mit helfen ob da was ein bisschen die v70 vertreibenden die nachladezeit ne echt da ist nervig da kommen jetzt nicht mehr dran ist jetzt zu weit weg leider aber der schöne menge torpedos rum oh ja ach ist das schön mal wieder die könig albert unterm hintern zu haben hier die macht auch spaß upsalat aber ist noch was die ist ja allerdings bums woin konnte ich noch aussprechen das waren zwei treffer genau ich bitte ein wort kommen zu dürfen oh wie jetzt echt jetzt ich schicke jetzt mal die ist jetzt noch mal grund ok ich merke dass mein schiff richtig gesorgt also mein captain hier zum beispiel ist definitiv nicht gesorgt kann er nicht weil ursprünglich weil der stefan alkohol hier drauf und das ist ja nun mal der den ich jetzt immer mitgenommen habe da sitzt er jetzt zur zeit auf der gneise und macht da seinen dienst vielleicht muss ich auch ein spielerisches d ja ein defizit des typen ist ja an der testatur sind meine einer mag hier auch sein sind ja nicht immer nur die skills so oh wie schön keine warfangen ja noch mal druck hm h jetzt ja nehmen sie guck mal da ist noch zu was da ist noch ein zerstörer unterwegs wird gerade von mehreren unter beschuss genommen was meine wenigkeit also ausrichten kann nicht mehr viel glaube ich ja hat sich festgefahren na super ja jetzt gibt es doch nicht der hat sich festgefahren hat das überlebt mindestens eine zeit lang ich muss sagen ich muss sagen ich bin jetzt schnell aber so wie ich zuschauer bin bin ich nicht mehr für die glitze dann im blick einfach na gut schrei ich bin bis gleich äh gleich hm und lass doch mal gucken was die kolberg so aushält hm nicht wie wenn man die zitadelle trifft cool ob die brände die ist weg vom fenster die ist gleich weg jawoll guck mal hat noch einer drauf geschossen und dann machen wir den ja wenn du wenn du zerstörer fährst und dann ins kreuzfeuer kommst naja ist natürlich dann ist natürlich direkt ende also das kannst du nicht überleben geht gar nicht so die fährt da hinten hinter der insel lang andere jetzt mal schön bei einmal quasi durch die mitte die türme drehen wir schon mal rum so in der zeit wo ich mich hier neu ausrichte ja so von den schiffen her ist das recht ausgeglichen und von den punkten eigentlich auch das kann noch so oder so ausgehen aber dass die türme so lange brauchen um rum zu kommen das ist echt der wahnsinn aber die kaiser schon mal ein bisschen schwächen hier mit dem was schon ausgegangen ist ausgerichtet ist nur ist ja auch noch eine noch eine kaiser so was ich glaube noch nicht mal dass ich das ziel dieser attacke war 10,3 ja doch die berechnung ging einigermaßen daneben die ziel berechnung hätte besser sagen können ich habe den vorhalt doch etwas zu dick berechnet aber ist ok das passiert regelmäßig halb so wild oh jetzt aber das kann doch nicht wahr sein ich ein einziger treffer aber war das jetzt eigentlich perfekt das schiff hat also teilweise wenn du wenn du wenn du schlecht zielst ja triffst du besser als wenn du perfekt zielst hey Vorsicht zu deiner linke sie ist gerade aber so stopp die könnte ich hin zu sehen denn wenn ich jetzt das schiff rumdrehe es geht schneller als die geschütze zu drehen erstmal nochmal da aufballern da gucken wir mal an zang da war ein treffer he 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 zwei zitadellen treffer sehr nett sehr nett doch können wir mit der eigenen glück noch was machen oder nö nö gut dann machen wir jetzt die iso schuhe zu irgendwas da weg ja die könig nein die könig ist verkehrt die könig albert ist in der klasse diese fährt eigentlich schon ne echte macht damals schon gesagt die hält recht viel aus wenn sie nicht die geschütze volle breitseite nimmt man muss schon so ein bisschen so ein bisschen spitzeren winkel wenn du die dann spitzeren winkel kriegst dann hast du fast nur abprallern die ist die schon weg ich hab die ist dazu geplöpst die ich es abgesehen habe ist die weg ich glaube nicht so wichtig habe ich sie nicht mitbekommen ok ich schätze sie ist gerade nur nicht sichtbar das kann sehr gut sein ja das klingt ja nach der erkältung das kaiser da ist doch da ist sie doch ich schätze sie zu ich schätze sie zu ich schätze sie zu ach komm mach sie sich draus fällig ich 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 fische genau so das ist so das ist die raus fällt da muss schon einiges passieren aber es ist ja auch relativ nah dran das heißt die chance daneben zu schließen reduziert sich gerade mit jedem halben kilometer was was jetzt schießt sie echt auf den kleinen zerstörer das gibt es ja gar nicht wahnsinn ne trifft sie doch nicht ja ähm ja will ich für ihn auch so warte noch auf darauf dass sie in sicht kommt es ist ein wesentliches weg nach ja ja noch in sich hin noch habe ich ein bergiges symbol ja jetzt willst du gerade unsichtbar ja die ist gleich wieder da macht keine sorge weil ähm ich kann ja nicht kann ja nicht verschwinden bei der distanz wie denn nach es ist so ziemlich unmöglich jetzt brennt sie vor sich hin sie brennt vor sich hin gelöscht lala 10 9,9 achso sie musste beidrehen das ist aber dumm für sie jetzt die zerstörer ist weg von uns echt die hat es zerrissen die hat es ja auch zerrissen ich mach mal eine vollbremsung was ist das denn die gibt gerade glaube ich noch gas oder kann das sein die dreht nach rechts ne direkt nach rechts wir gerade ja ja sehe ich weil sie rückt wund wund du hast sie getroffen ja und weg ja der zerstörer fehlt hier jetzt aus ja es ist nur die insel die im weg ist mehr ist das nicht es ist natürlich die frage was macht sie dreht sie jetzt um und fährt in die gegenrichtung oder fährt sie hinten um die insel rum ich kann noch nicht mehr für dich spotten keine ahnung das kannst du nicht das ist für mich auch gar nicht du siehst sie ja nicht du siehst sie ja nicht wir werden es einfach mal in erfahrung bringen wir werden es einfach mal in erfahrung bringen ja oder auch nicht hat sie gerade redigt ja ja so der sieg sei unser wunderbar hey guck mal ich bin erster hey 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 finden wir mal hier aus dem lief anbetracht der tatsache dass ich einen container sammeln darf wenn ich das jetzt auch mal tun container sammeln das versuchen sie ihr glück versucht mein glück kommt super container los leider nicht öffnen wir den mal drin ist flaggen india x-ray wahrscheinlichkeit brennen oder bomben granaten kaliber über 60 das war schön da ist eine wahrscheinlichkeit ein prozent brennen und bomben granaten kaliber über 160 zu verursachen und wahrscheinlichkeit brennen und granaten des kalibers bis 160 zu verursachen dafür auch fünf prozent wahrscheinlichkeit mehr dass dein eigener munitionsbunker hoch geht ich verstehe die relation noch nicht sogar also die flagge ist mir suspect was hast du denn da die karlsruhe hat der vierer vierer warte mal eine karlsruhe die sonne nicht groß gesockelt in keinster weise aber die muss ich auch mal durchspielen damit ich den nachfolger bekommen richtig so dann kommt dann komme ich auch mit der karlsruhe ab ins gesicht nachfolge die königsberg war zu lösen was hoffe dass die nürnberg ist hier sechs und das die königsberg herr königsberger klopfen ob es jetzt brücken mit es gar nicht schön gar nicht nein gar nicht für mein ungesorgte schiff ist das gar nicht schön dass ein flugzeugträger dabei ist ich hoffe dass ich uninteressant für ihn bin für den der hinter der städte ist ich werde einfach mal versuchen mit deiner karlsruhe mitzuhalten und werde mal deinen kurs mit einschlagen die wahrscheinlichkeit dass ich das schaffe ist allerdings gering noch laufe ich auf den mal gucken wir dann mal gucken wir dann das bleibt ich mache halbe fahrt gerade so halbe fahrt das ist heute gute idee jetzt gerade voll rein wollte ich vielleicht unterlassen das macht die kuma schon für uns wer macht das die kuma die heizt voll rein ja ich weiß nicht wie sich das hier so aufteilt in welche grüchen aber ok ich glaube wir sollten erstmal bei d bleiben würde ich vorsichtig vermuten wir können maximal auf einen zerstörer stoßen weil der eine ist gerade in a ja aber es ist ein zerstörer ne die tenryu ist voraus da schon dran ich habe meine wenn ich bedenke voraus wenn die insel aus dem weg ist dann müsste ich da schon theoretisch dran kommen ich komme dran auf das 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 ganz ich glaub ich da momentan bin ich eigentlich noch die hat jetzt aber was abgekriegt, trapedos glaube ich. Das war ein ziemlicher Treffer. Ja, ich glaube auch bis jetzt weg vom Fenster ist. Mit Verstörer da treffe. Das muss auch treffen. Daran vorbeischießen. Also wirklich. Da ist noch eine gegnerische Tenryu. Ja, die habe ich drin. Oh, die ziterellen Treffer. Bei ihr? Geil. Ja, habe ich leider nicht mehr, sehe ich auch nicht mehr, weil die ist weg irgendwie. Irgendwie ist die weg. Hä? Da sieht das denn aus bei dir? Hä? Wird mir mal angezeigt. Alle aber nur 4 und halb. Dafür aber gehst du zu der Welt. Du hast eine gekriegt? Oh. Ja, ja. Eine verteilt und eine gekriegt. Das ist aber eine blöde Aufteilung. Andersrum mal besser. Wenn du zwei verteilt hättest und keine gekriegt hättest. Da ist was dran. Da ist was dran. Ich werde mich mal um das gegnerische, ja, das gegnerische Schwesterschiff gewannen. Andere Karlsruhe. Oh, ich habe noch eine ziterelle. Oh, Backe. Hier bin ich in dein Leben drin. Brenn dich, brenn! Hier fährt Rückwärts umRoche. Drei, mit Paris jumps立te! geschichte geschichte wo ich gehe in die geschichte eine wundervolle geschichte erzählt was man dann noch eine orion macht die jungen werte nicht in welter aua 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 eben jetzt das was ich hier machen und wir haben ein gemein gefecht meine munitions typ wechseln mal ein bisschen halver schießen ein bisschen anzünden macht glaube ich mehr mehr sinn reparieren abdrehen torpedos schicken vielleicht entdeckt glaube ich werde gleich in die ewigen jagdgründe eingehen bei dem spiel sind sie die temporären jagdgründe ja 34 treffer einmal im brand gesteckt und besuchen wir kommen der gesunken ach du auch ja ich war erst ja glaube im hafen ist ganz gemütlich oder da bin ich auch gerade ja immer noch mal ich habe was anderes im angebot ein gräfchen habe ich ich hätte theoretisch auch noch war die heute schon im dienst die kommt gerade frisch aus dem wie aus dem ei gepolp aus der waschanlage sagen suche hauptscheinwerfer an ich mache es mal ein bisschen dreckig so schmutzig machen geht schon das war es nicht flying hermen ich werde die die das die aber die 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 ja 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 aber stimmt ich rede gleich durch die nase ja weihnachtsmarkt war nicht so optimal gefährlich ja ich meine man geht in die kälte muss das noch mal erwähnen hier auf alle versammelten man geht extra in die kälte extra absichtlich um da zu einem stand zu laufen und heißes getränk zu sich zu nehmen mit einem nicht so kalt ist die logik kann glaube ich nur ein mensch versteht ja ich werde unsere jede andere spezies wäre wahrscheinlich nicht so dämlich wahrscheinlich ja ich wollte mal unsere vorgucken und da was okay für bookie für book was auf die bookie in seinem elmo hd er nämlich irgendwie an käse es gibt schon auch eine short steine auf das ist ja wo die fubuki gerade fährt dampfen und qualmen die kamine im zoom werden so ist cool heißt ja ein turbo an kann ich aber verstehen dass nämlich noch eine fubuki eine andere und am beise komme ich gleich dran schützt technischen sobald seht ihr insel die volk komm ich kommst dran wie man ja da gerade drauf geschissen verschossen tatsächlich noch nicht getroffen oder kommt der pedos so solltest du nicht ganz so nach dem zahn zu feuer legen die jork zwei jork 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 new york kommen sie ja nicht her jork ist ja ein englisches schiff da wird irgendwas in die jahrgründe eingegangen gibt es einer unserer störe doch gar nicht gut und ich bin grad extra das extra kurzen rückplatzgang angelegt damit ich da nicht so rein raus die eine jork ist so weit weg die andere sind am feld da schwimmt op das auch nicht zu das sind viel stehen die lässt man besser weg da sind verhungert nix passiert ich fahre mich hier fest und den nächsten tops werden einschlagen wort nein man sowas schade dass ich dir nicht bringen kann drei stück rein ich krieg in anfang war es echt jetzt zwei haben getroffen da kommen rüber ich ist ja nicht weit die nächste runde nehmt geschlafen jetzt sieht man wenigstens nicht die stückbarkeitsreich weiter meter nicht kilometer genau da habe ich den karl echt in die felsen gelenk das zu merken unglaublich hast du unglaublich was für ein dämlicher Fehler naja dämlich ist jetzt übertrieben eine dame vor ort so einmal hart rum immer c obwohl ich bin bei dreien im target ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist hier das hat und wieder kratzer was das denn gefällt zu ende weil wegen warum wie weit nicht und ich habe es richtig beobachtet ich war so schockig ich auch nicht das ist mal echt nicht gott 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 guck mal die teamwertung ich mach dir mal ganz schnell aus hat keiner gesehen ihr habt das nicht gesehen ich habe dann auch nicht gesehen weg raus aus ganz schnell wollen wir gar nicht wissen ne los also die spät ist keine gute idee und das reimt sich und hat sich rein ist wahr ich brauche ein bisschen motivation darf ich mal die v25 ins rennen werfen ich brauche etwas was mich aufbaut man wirklich hier zwei spielen da gut dann machen wir das ab mit der v25 ins gefecht mit unserer beiden torpedo schleudern ich kann es nicht anders sagen die nahe leidezeit ist göttlich erkennbarkeitsreichweite ist göttlich ja wenn du solche dinge eine höheren tierstufe hättest ja's ja das ist aber wirklich so die hat irgendwie was ich sehe überhaupt keine schlachtschiffe nützlich nur zerstörer vier stück und fünf kreuzer ziemlich klein gewürfelte runde war so ziemlich na gut aber es ist auch ein geiles szenario es macht spaß so meine hauptflagg ist aus würde jetzt mal an machen sekundär geschütze dürfen jetzt ist bei den schiffen sowieso egal und ich werde das direkt auf die gegnerische nein nicht ganz ich werde um die insel darum fangen und dann auf die gegnerische flagge zu halten obwohl geradeaus drauf die ist ja hinter dieser komischen pyramiden artigen inseln ist für uns beide denke ich ja dann kommt direkt drauf abdrehen können wir immer noch wenn man wenn was ist gut nach rechts weg rechts doch so rechts habe ich eine insel im moment ist das keine gute idee aber wenn ich in der insel vorbei bin dann bin ich da gerne bei ich würde jetzt einfach mal jetzt mal davon abhängig machen wo was los ist oder ein 9,0 9,8 9,7 eine dresden hinter der insel eine rede ich mich jetzt rechts fangen oh ja 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 ich sehe gerade und geradeaus noch zerstörer ojo ich mach mal neben ich bin drin im netten ja ja auch einmal wenn die kopf schießt der kopf das ist gut geht voll bei dir vom buch lang halt mal hinter dir an maschinen stopp so ist das mir ist ein top reingegangen schön sehr schön ein zufallstopp und so ist es zufallstopp so was hast du ich lasse auch gerade mal was ab mal gucken ob irgendwas rein fährt so muss ich wieder zu seiner sicher weg kommen mal hinter der insel verstecken hier ja jetzt störe habe ich getroffen ich habe noch nichts getroffen aber da die gerade so richtig schön da rum fahren in unsere richtung unserer home base würde ich das jetzt glatt als anreiz nehmen die abzufangen also die shikuma und die den zerstörer dahin also da kommen auch noch welche gut die laufen in alle richtungen gerade die kummer bretter dahin auch noch rum dann lege ich jetzt mal ein turbo ein ich gehe zu dass ich da hinkomme entdeckt so einmal frontal gehen zack warum zack und einmal so rum auf den da na komm auf den da auch auf den da auch jetzt nicht ich habe ich mich ganz ich kann das ich bin schützen nicht dran nicht nicht ich bin ich bin die kohle ist ja noch am ballern die grüße wir klären das schon wo es gut unsere besten schick um hat sich festgefahren was wir jetzt hoffentlich zum verhängnis wenn sie da versucht rückplatz rauszukommen weil ich bin ja gehofft dass sie jetzt ein stück rückwärts fährt und dann wieder vorwärts fallen möchte so würde ich es machen und dann würden meine torpedos treffen das war richtig berechnet boah die dresden ist aber auch verdammt auch verdammt nach die fett glaube ich hinter den die sich eigentlich nicht mit meinem meine flack auf die sich doch sowieso vollkommen egal womit ich auf die schieße oder warum ist redet sie glaube ich nicht ab jetzt tun ja also das sieht gut aus wir haben nur noch als gegner einen zerstörer über wo schwebt er um kein plan aber ich gehe ich sehe in seiner race in your face 25 ja kommt dass man die spät sieht aber auch die kriegste oder hast du dich festgefahren so das sagt auch von hier aus so aus wie der vollbremsung mal gucken was hier geht der gewinnt zuerst braucht was das ist jetzt nicht ich bin raus wie das gerade ich sehe das gerade was sind so was ich habe gefällt ok wir haben hier das geht zu trinken bitte schon bei ihm das zu trinken so wie er macht ja sie ist weg irgendeiner hat sie weggeputzt sehr cool so alles in allem sehen wir gar nicht mal so gut aus ach gut dass es filter gibt meine güter also erstmal zurück zum hafen würde ich sagen das ist schon mal eine sehr gute idee so damit ich schon mal fleißig ein schiff vorlegen von ausgehend nicht der sanker gleich bekommt werde ich werde ich werde ich werde ich denn muss ich mal fünf vor ich bin jetzt text das in zuren ja denn so ein führer genau jetzt kannst du mal gucken was du so ein fünf hast r also ich hab da was aber nehme ich das auch was haben wir sonst noch ein Fünfer Fünfer mach doch mal noch mal ja ich hab zwei zur Auswahl ich nehme erst mal das Ding da wir testen das mal die Nicola Stimmser so auf geht's ach da hat gerade einer hat gerade eine angeschrieben ob wer mit in die division kann tier 2 aber wir spielen ja gar nicht tier 2 auf Dauer ja das ist natürlich schade jetzt aber absolut geht schon so was haben wir denn wir haben keine Flugzeugträger mit dem rennen wir haben keine Flugzeugträger mit dem rennen ja herzlichen dank ja komm komm wollen wir die Insel mal in Fahrt bringen nach links ab der Insel vorbei wir haben wir haben ja schon wieder so ein ungleiches Team schon wieder was was nichts aushält nein nein die Nicola Stimmser ist die ist die spielt die sich gut keine Ahnung die hat auf jeden Fall keine Frontdrohung leider nicht ich bin von dem Schiff eigentlich nicht so überzeugt ich bin von dem Schiff eigentlich nicht so überzeugt wichtig ist es von dir überzeugt ist also nicht ich war es das soll schon passen ja ja ach das geht schon ja jetzt geht das ab hier da fehlt Reichweite gruselig so ein großes Schiff so wenig Reichweite kennt man gar nicht da komme ich auch nicht dran dabei ist das nur 18 entfernt ah 16 16 da komme ich dran mal ein bisschen drehen kurbel kurbel die fliegen alle vorbei Alter wie langsam fliegen denn die Geschosse die Geschosse von dem Ding her das ist ja irre die fliegen alle sehr hoch deswegen die schießt irgendwie sehr hoch nicht so nicht so ähm 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 ich glaube das nicht er hat mir berg angezeigt also dass ich den Berg treffen würde schießt aber trotzdem oben drüber glaub ich ja nicht hier glaub ich ja nicht hier ähm 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 boah und hast schon irgendwas versennt ja na klar doch wo wenn man treffen würde ein zerstörer am schießen und trifft nix und es war nicht mal irgendwie berechne ich den vorhalt äußerst suboptimal gerade mit dem schiff es ist äh irgendwie ein bisschen irgendwie ist mir das absolut absolut respekt das sobald es irgendwie weiter weg ist oder so das ziel baut das nicht so ganz hin ok ja ich habe immer das Gefühl dass die Geschosse viel viel länger brauchen als beim deutschen Kriegsschiff ich weiß nicht warum wir haben das Gefühl dass wir höher schießen weißt du du kommst über höhere Berge drüber heute Dinger scheinen denn jetzt habe ich den Eindruck Arschlange zu brauchen bis ich mal am Ziel sind ich habe gerade eben ich weiß nicht das dreißigste Mal geschossen oder so und eintreffen Wahnsinn klingt das nicht so überzeugend ne momentan überzeugt mich das noch nicht so die Gefechtsleistung was macht der fährt da rückwärts vorwärts da fährt gar nicht ok das kann wieder angeschleunigen dann habe ich ne Chance ist ja Wahnsinn komm jetzt haben wir mal die Y-Unique treffen komm na fein Wahnsinn siehste kaum ist man sieben Minuten im Rennen hat man schon sieben Ziele dran nein vier sorry ah das ist jetzt gut die eine fährt jetzt in die andere das wird lustig ja da bin ich auch gerade dran ne die fallen tatsächlich hintereinander vorbei aber verdammt knapp ja aber knapp nützt nichts das ist äh weißt doch knapp daneben ist auch daneben jups tauchen irgendwelche Torpedos auf tauchen irgendwelche Torpedos auf könnten die für mich gedacht sein scheint so geh mal ab oh da ist noch was von uns sollte ich nicht drauf schießen oh was haben wir denn da noch eine Ernie und Bert ach ne Emily Bertern heißt die einmal Sesamstraße bitte ja das wird ja nix alles was man reparieren kann ist ja nix so alles was man reparieren kann ist ja nix ähm ich bin auf 11.5 dran habe eine Vorhalte von gar nicht pfff okay das ist die Ernie und Bert nicht na vielleicht treffe ich die Kaiser mal gucken ist ja größer treffe ich die wenn ich die nicht treffe versuche ich meine Wasser zu treffen ne das Schiff war keine gute Kalkulation oh 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 was sehe ich denn da eine Iron Duke Iron Duke und langsam vorwärts was 3 ist ja schön wie lange brennt das noch? löschen ging nicht mehr so nachgeladen aber auch mal fix reparieren Treffer sagt er ja, da ließ dann aus, ich war an, dass die Antwort ah, die hält schon mal aus, ne? die Ironyuch hat es angehalten, ne? ok einschlag einschlag, achso einschlag ne? macht er sich rechtzeitig aus dem Acker, vorm Acker? wär aber ein bisschen langsamer vielleicht schießt die dann nochmal vorbei das Irony und Bär sind gleich weg ich hoffe, dass ich das mit der Almondyme noch hinkriege mit dem weg zitadelle ne, es war keine zitadelle das war einfach nur ein guter treffer leider verschwindet die jetzt aber gleich hinterm Berg das heißt, da komme ich gleich nicht mehr dran jetzt ist sie nämlich weg vom Fenster der Irony und Bärkopf ok der Irony und Bärkopf war noch so ein Ding, das was mich geschossen hat, ne? so, ich bin gerade im Rückwärtsgang das heißt, wenn ich Glück habe ja nicht so ganz, ok ne, passt, ok die ist weg vom Fenster und ich nochmal ich nochmal reparieren fix dann habe ich nämlich wieder halbes Leben halbe Trefferpunkte Leben kann man das ja nicht bezeichnen das Schiff irgendwann anfangen zu leben mache ich mir Sorgen zurecht so, wir haben noch eine Banane ne, ne, ne ne, ne eine Banane eine Banane kaiser kaiser du Além noch mehr Vorhalt Uiuiuiuiuiuiuiui. Hä? Noch mehr Vorhalbberechnung. Wahnsinn. Guck mal, jetzt wieder. Getreftet, äh getroffen. Die Olle war gesperrt bis zum Schuss. Noch mal getroffen. Sehr schön. Bei meinem Glück schieße ich die runter bis fast 0 und ein anderer versammt zu mir. Egal. Ist weg. Ist weg, ist egal. Das hat sie gut weggradiert. Das hat sie gut weggradiert. Ist auch gerade jemand drüben und nimmt die Flagge ein, das finde ich auch so. Ja. Hinter der ihr knapp 11, 12 Kilometern müssen. Die feuert kräftig. Ja, habe ich gemerkt. Bin ja schon am rumdrehen. Killmaster 86. Ich bin gerade schon am rumdrehen. Killmaster? Mhm. Was soll ich dazu sagen, ne? Dann killen wir mal den Master. Yes. Eine Vollbremsung. Eine Vollbremsung. Ist da auch nicht schlecht. Killer, killer. Weil jetzt dreht er nach hinten. Okay. Ne, nach vorne. Der schlängelt sich da. Der ist gerade von irgendwas Schönen getroffen worden. Er schlängelt sich. Die Oriom. Die Oriom. Die Oriom ballert er gerade fleißig drauf. Jo. Er ist okay. Er ist auf 10er Distance. Er dreht der Grille auf mich zu. Exakt. Ach. Der ist ja fest unter den Garten. Boah, er kriegt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht immer. Hört auf mich zu. Hört auf mich zu. Hört tatsächlich auf mich zu. Oh. Sehr schön. Oh, weg ist er. Schade. Ich hatte echt gehofft, da noch Anteil dran zu haben. Also nicht nur mit Treffern, sondern auch mit Versenken. Okay. Sieg. Auf der ganzen Linie. Für mich nicht. Ich bin da oben gegangen. Ja, trotzdem. Sieg. Du stehst über mir. Wir sind. Wir sind auf Platz 2. Du bist auf Platz 2. Ich bin auf Platz 3. Sehr schön. Du siehst du, das verstehe ich wieder nicht. Ich hab keinen einzigen versenkt. Warum stehe ich soweit oben? Weil du die meisten EPs bekommst. Es ist ja nach EPs sortiert. Über die P machten sich doch in seiner Gefechtsleistung aus. Ja. Aber auch Trefferpunkte. Du musst ja nicht unbedingt versenkt haben. Du kannst ja drei Schiffe versenken, wenn du den Rest gibst. Aber andere haben die ja vielleicht richtig runtergeschossen. Naja. So ganz verstehe ich das nicht so ganz. Irgendwas, wer sich dabei gedacht hat. Oh, wir werden gerade angeschrieben von anderen Banken. Hm. Ja. Immer in die Vision ein. Warte, immer noch mal. So, dann hau mal was rein. Ja, Tier 2. Oh, wo machst du denn das? Tier 2 wurde ja verlangt. Ah, das heißt doch nicht, dass wir jetzt Tier 2 spielen müssen. Okay. Jetzt hast du natürlich vorgewählt, dann machen wir es. Ja, und für die nächste Runde? Ja, nächste Runde wird definitiv größer. Also ich möchte mal wieder so im Bereich Tier 6, Tier 7 gehen bitte. So langsam, aber sicher und möchte ich mal ein bisschen. Mal die dicken, die dicken Räder. Ich möchte mal wieder so richtig viele Trefferpunkte machen. Ja, okay. so, was haben wir denn schönes? Torpeno-Griff aufgeregt. Bla, 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 bla. Capture the Flaghammer. Hm. Haben wir. Entweder Schiffe oder welches. Es gibt nur ein einziges Schlachtschiff. Auf jeder Seite. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Wer hat links zwischen den beiden großen Inseln durch? Dann direkt auf die Flagge zu. Ich direkt drauf? Das könnte eine kurze Runde werden. Da zwischen den beiden kleinen Inseln durch. Mit die schweilen Lücke. Ja, das ist... Machen wir Ihnen das Leben schwer. Auf geht's. Da, 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 wunderbar. Da ist der Mont Blanc. Mont Blanc. Der Mount Blanc. Oh ja, jetzt wird's Ulkig. Wahnsinnig Ulkig. Ich mach Nebel. Ich mach die Richtung mal absetzen und rum. Da ist auch noch einer. Cool. Kannst immer reinhauen. Ihr wisst ja bestimmt was treffen. Wenn der bestimmt. Oh. Also ist nicht die Insel ran. Aber der nützt ihn nix, wenn die Callback so nah ist. Ich mach die Töne. Oh, die andere Kugel, er ist weg vom Fenster, so, okay, kommen wir da rum. Wo stehst du rum, genau hinter dir, echt, da kann ich nicht sagen, okay, also wir haben vorne noch eine Loh-Yang, eine Long-Yang, also nicht eine Loh-Yang, eine Loh-Yang. Wenn die Loh-Yang mit Tops auf dich schießt, brauchst du vorsichtig gesagt nicht aus. Warum? Weil die keine Zerstörer treffen kann. Wo ist? Jo, ich habe mich immer gewundert, ich dachte erst, das wären Spiele. Kein Scherz? Kein Scherz. Wie kann keine Zerstörer treffen? Das ist doch der Wünschwachsinn. Kannst du dir einen Baum angucken? Ich habe mir auch eine ganze Zeit dafür gebraucht. Du kannst sie treffen mit Tops, aber andersrum, äh, hier. Okay. Oh, Volltreffer, Vollbremsung. Ich komme rum. Sehr schön. Ja, wunderbar. Wir dominieren ihn damit ein bisschen. Ich werde dir auch gleich nochmal was da rüber schicken. Okay. Vollgas geben. So, wieder werde ich mir jetzt das Target nehmen und dann werde ich da mal die dritte ab. Ne, ich warte noch bis du vorbei bist. Ja, ich gucke mal, ob ich mir die Louis noch so ein bisschen angucken kann. Ja, ich bin gerade da. Achso, jetzt sehe ich es ja nicht mehr wegen der Nebelbank. Aber ich werde jetzt mal da geradeaus durchfeuern. Achso, da ist noch eine Louis, genau. Ja. Ja. Die dreht wieder ab. Ich nehme dann die Kaledon. Dann haben wir ja die beide unter Beschuss. Ja, ich habe noch eine Louis vor mir. Gucken. Und ich habe gerade... Oh, ich sehe da gerade was. Ich sehe da gerade was. Vorsicht, Torpedos. Abdrehen. Nach links drehen. Oh, oh, oh. Ich versuche, ich versuche, ich versuche. Ist gut gegangen. Gut. Oh, die Kaledon hat jetzt gleich verloren, würde ich sagen. Ui. Ah. Umsprungs. Was ein Abpraller, ey. Ja, sauber. Ich glaub das nicht, ey. Das nenne ich mal dominieren, pass auf hinter dir. Ah. Guck mal, 4,9. Warum sagst du das nicht? Gar nicht. Warte, ich komm zur Hilfe. 4,9. Komm, wir beide gehen drauf. Parallel mit Abstand zueinander. Bitte? Lass uns mal zwei Kilometer Abstand voneinander. Der Mikro geht zu. Der Mikro geht zu. Gibt es jetzt besser wieder? Ich glaube, ich weiß es nicht. Du hast irgendwas mit zwei Kilometern gesagt, aber... Genau, lass uns beide ein bisschen Abstand halten. Der kann uns nicht beide ins Target nehmen. Vermutlich nicht. Ich habe ja ganz versucht. Deswegen wollen wir Abstand halten. Ich glaube, ich schieße mal mit meiner Flakten drauf. Das Gefecht ist zu Ende. Ja. Das Gefecht ist zu Ende und wir haben gewonnen, aber so richtig gewonnen. 3.142 Schaden wäre ich nicht gemacht. Ich glaube, in der Teamwertung werde ich ziemlich weit unten angesiedelt sein. Soll ich doch? Alter Verwalter. Okay. Sehr gut. Kann man nichts machen. Aber alles in allem sieht das gut aus. Du hast drei Siege. Also drei versenkt. Davon habe ich zwei Doppelschläge gehabt. Sehr gut. Ja. So. Ähm. Lass uns jetzt mal was... Größeres. Was größeres spielen. Nürnberg hätte ich als tier 6 im Grund. Was? Die Nürnberg als tier 6 hätte ich im Angebot. Die Nürnberg als tier 6 hätte ich im Angebot. In der Nürnberg kommst, dann komme ich mit der... Ah, okay. Er ist wieder rausgegangen. Der T2 sucht. Mal gucken, was er hinterher schießt. Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Hat der T2 drin? Ja. Ah. Okay. Die Benner was hat in der Größe. Mal gucken. Weiß ich ja nicht. Ja. Er hatte bei der Einladung speziell nach tier 6. Ja, ich habe zurückgeschrieben. Verschiedene. Mhm. Ich möchte ja nicht jetzt die ganzen A im tier 2 spielen. Nein. Sicherlich nicht. Hm. 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 Hat er nichts? Hm. 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 Ja, ist eine gute Frage. Nächste. Ich glaube, er ist auch erst Stufe 5. Ach so. Okay. Ja, komm. Dann gehen wir nochmal raus. Also ich gehe dann, ich gehe mit der König Albert rein. Das ist tier 3. Da sollte er mit klarkommen. Stufe 5. Ja, mit Stufe 5 kann er noch keine Schiffe haben, die der Größe sind. Ja. Das haut nicht hin. Es sei denn natürlich, du kaufst was ordentlich. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Hm. Ja. Wir sind bis 4 hochgeführt. Mann Mann. Ja. 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 Das kommt natürlich jetzt durch die König Albert kommt das ne. Wahrscheinlich. Ach egal. Wir sind ja auch das Pferd noch drin. Ja. Was habe ich auf 2? Nur die V25. Macht mir auf Dauer jetzt auch keinen Spaß. Nein. Auf Dauer nicht. Nee. Ich wollte mal wieder. Wenn, dann will ich auch mal wieder ein Schlachtschiff spielen. Vor allem die, da kriegt die freie EP wenigstens auch ein bisschen hoch. Ja. 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 Hat dann schon irgendwo Sinn. Piecker. In-M-M-M-Gelächts-Station. Wir haben Glück allen. In-M-M-Gelächts-Station. Oh, uh... Also, schon mal ankündigen das Ganze. Ich weiß auch schon mal Bescheid so ein bisschen. Wenn ich das richtig geschrieben habe. Oh, das ist aber auch kein Problem. Wie kann man denn jetzt gerade auf uns eigentlich? Ich weiß auch nicht. Passt schon. Es hat mir das gefallen, was wir da zurechtgefahren haben. Okay. Ich sehe noch keine Gegend. Doch einen. Da komm ich nicht dran. Der ist hinterm Berg. Das ist der Sinn des Wortes. Da müsste ich jetzt einen Tunnel in den Berg schießen, wenn ich da dran komme. Hey, die wollte ich. Die Kalle. Da wird schon fertig gemacht. Hmm. Ja. Da. Komm mal. Hey. Da geht's mal. Na? Was sagst du? Da ist ja. 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 Nehmen wir an, was die Orion im Target und die Milioni. Wo kommt das hin? Wo kommt das hin? Ich habe gerade gar nichts mitzahlt. Ich schwenke mich hier gar so ein bisschen. Ach so. Bist du gar nicht sehe ich. Das ist die Sims. Oh. Das war schön. Ah. Schade. Sein Glück. Das Glück. Das Glück ist mit dem. Das Glück ist mit dem. Die Klemse hat sich gerade festgefahren. Genau in dem Moment wollte ich eigentlich gerade passend in Fahrtrichtung schießen. Nicht gespannt. Riecht die sich wieder los? Komm. Komm. Geweckt die Klemse oder was? Oder hat es die nur unsichtbar? Sehr gute Frage. Nächste. So. Mal eine Bremsung machen hier. Ja. Die Fall stand wie vorbei. Jetzt das aus Podema. Na, g Space envi auf. Die Parancen. Das Leben der Callback war ein bisschen hier. Was Leben. Die Trefferpunkte der Callback war ein bisschen. Minimieren hier. Die Foto kam dort an, da zu einer Insel verschont. Da ist die Entschlöse. irgendwie mich verarscht viel so veräppelt hier was ist los ich liege mitte hin auf dem präsentierteller meine Sau schießt auf mich so und einmal minus klemmsen bitte hier treffer das hat weh getan weg ist sie da ist noch eine kavachi immer noch mit einschlag bestätigt da ist sie sehr schön gut zu wissen sie dreht ab das ist auch sehr gut die weicht jetzt den torpedos aus von der simpson und du bist schon wieder auf tauchstationen und die flasste versenkt ich habe ein einer mehr wie ich einer mehr wie ich ich habe 13 zieltreffer einmal jetzt hat mich mal wieder einer ins visier genommen ein ganzer ich war es nicht kann ich da jetzt ganz klar sagen so dann wollen wir mal was tun hier wieder oh ich will doch nicht ich kann hier bleiben da hinten ist die orion bürmchen drehen mal ganz genüsslich drauf boller weg so jetzt sollte ich mich aber langsam auch mal wieder wegbewegen ich komme schon langsam vor wie eine insel ich liege hier die ganze zeit auf der stelle warum eigentlich das längst b einnehmen können ich bin hier treibt gut und baller auf alles was hier was hier durchfährt nehmen wir mal b ein oh da kommt was mit sicherheit ich versuche mich zu torpedieren deswegen werde ich ihm jetzt mal mal meinen buch zeigen der kleine vampir das gut er kriegt auf jeden fall mein buch kann ich zwar nur noch mit meinen buch geschützen drauf schießen aber da spielt keine rolle jetzt sind die sekundär auch da was ich habe keine das hat er noch nicht so ganz verstanden was ich hier frau ich habe jetzt verfeift einfach durch ihn durch da kommen torpedos von uns auf mich zu glaubt dann jetzt kannst du einen die torpedieren doch nicht dich oder ja doch alter das kann nicht wahr sein echt das kann echt nicht wahr sein sekundär geschütze haben hinterlegt ich glaube das nicht oder ja naja jetzt kann ich froh sein dass das ding genug treffer punkte ja immerhin mal mittelwert so mont blanc ist auf platz 2 und du stehst direkt unter mir mittel genau in der mitte geht nicht bei einer geraden zahl genau ein über der hälfte sehr schön sehr schön ja dann setzen wir jetzt jetzt mal was größeres ein und so leid mir das ja auch tut aber ja 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 Ja, tut mir da noch leid. So, dann lasst uns mal unsere Königsklasse hier aussprechen. Ja, ja. So, ich folge dir mit der Graf Spee. Ich habe die Befürchtung, dass er das nicht so ganz mitmachen kann. Hm, ok. Da müssen wir leider so machen. Anders geht es nicht. Jetzt können wir das Gefecht nicht starten. Ja, wenn er sich sperrt, ist es schwierig, ne? Ja, ja. Du kannst auch nicht kommunizieren mit ihm. Ne, es scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Er kommuniziert ja auch nicht zurück. Er hatte ja nur die Kommunikation in unsere Richtung. Ja, so von wegen Hallo. Habt ihr mich nicht gesehen? Habt ihr mich nicht gehört? Aber auch leider kommt da nichts mehr so. Ich hab das ja vorhin schon mal so einmal angekündigt. Naja, egal. Ist dann halt so. Ich meine, wir sind ja nicht die einzige Division, die unterwegs ist. Bestimmt nicht, ne? Nein, nein, alles gut. Alles gut, alles gut. Auch wenn da vielleicht der ein oder andere etwas anders sieht. Aber bis jetzt nun mal so ist es. So, auf geht's. Ja, er wird schon, er wird schon anziehen. Wird schon klappen. Zumal, wenn man ehrlich ist, so eine, so eine, ähm, richtig bringt es ja eigentlich auch nur was, wenn man vernünftig miteinander in Kommunikation steht. Einfach nur in der Division sein und dann trotzdem, äh, feuchtfröhlich darauf losfahren. Das bringt ja eigentlich auch nichts. Also ich werde jetzt mal so dem Zerstörer vorne folgen. Der Katsuki. Weißt du, wie das bei dir aussieht? Ich denke, in dem Bereich werde ich ganz gut Deckung haben. Ja, da bin ich dabei. Mit meiner Spee. Also Richtung C. Ist ganz gut. B ist mir von der anderen Seite offen gesagt ein bisschen zu, äh, frei. Ok. Hier. Der erste keine Deckung. Aber also überhaupt keine, ne? Naja. Ok. ich komme genau durch die lücke durch die lücke hier und wir haben auch schon was worauf verschießen können erst mal direkt ein draufsetzen das war doch schon mal ein guter treffer ein bisschen beidrehen doch keiner mehr ist doch eigentlich schon weg aber da die wahrscheinlich da auch hinten um die insel rum fährt werde ich das jetzt auch mal so durch und dann rechts rum habe ich recht gute deckung für die anderen schiffe und kann mich darum kümmern in acht kilometer das ist super ist das ganz geil ist das dann werde ich nämlich jetzt mal meine torpedoschaffung was hatte ich noch was hatte ich noch gleich für eine reichweite acht kilometer genau noch perfekt mal wieder aufschalten das ding was er weg wird abgedreht oder aber die zeigt sich noch nicht nur nicht aktiv da ist ja 8,7 weg gesagt da torpedos zu hinterher zu schicken ruht sich da lohnt sich höchstens was anderes hinterher zu schicken etwas schnelleren torpedos Luftpost 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 geht einmal das Luftmoped ach das war jetzt dumm warum drück ich den Tee Tee ist doch doof ich war noch gar kein Zinsch ich war noch gar kein Schlachtschiff im Moment und drei Treffer oh da hat aber einer eine Zitadelle gemacht da hat aber einer eine Zitadelle getroffen wow cool verschwindet die hinter der Insel das ist ja blöd entdeckt macht nix so die eddingberg sie kommen aus ja kommt wieder aus der Insel ja ist sie und läuft in die in die blanke die begrenzung rein nicht gut diese finde ich richtig gut das gibt mir so richtig schöne Möglichkeiten glaube ich folge ihr mal in die Begrenzung und dann drehe ich mal wieder rum das war ein feuchtes Grab ja ich wollte gerade so richtig schön breitseite gehen damit ich oh apropos breitseite rum 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 mit dem Ruder rum mit dem Ruder los 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 und ein ein nur ein so was tun wie soll das tun viel Geld was tun für ja natürlich dafür bezahle ich sie ja ach ja ja je nach nach diesem gefecht würde ich noch würde ich noch gerne einmal mit der gneisen los ziehen vor euch dann vor euch dann der stream dann ja das hört sich gut an hinter dem Plan ne die Gneisen welches Level das ist leider sieben ich weiß nicht ob du da inzwischen irgendwie was hast wo du und dran kannst bin ich zu langsam hm ich ich arbeite an anderen Pfiffsklassen immer noch mal sieben habe ich noch nicht weiter aus ach so okay aber da kann ich auch mit der nürnberg beiget ihr sieben ist ja gut das hast du ja schon öfter gemacht das passt ja eigentlich wenn man nicht zu hoch gewürfelt wird geht das ja auch eigentlich ja die nürnberg die möchte ich ja auch gerne haben das ist ja da fährt da fährt eine nürnberg von mir vorbei eine kleine nürnberg Ach, die da hinten, die liegt so wunderbar im trockenen Dock und da komme ich leider nicht dran. Schade, schade, schade. Die Fuji lag so richtig schön gerade da in der Bucht fest. Jetzt hat sie einen Roll-Up gekriegt. Versuch die mal zu treffen, mal gucken, ob das passiert. So ganz. Und jetzt mit der Teppichs jetzt nicht ganz rum, oder? Ja, ich würde mich nämlich jetzt voll ausbremsen, wenn er das vorhalte. Er will ganz rum. Na gut. Boah, da ist irgendwas in sekundärer, in primär Reichweite, sekundärer Reichweite. Was hat die denn? Die Bismarck hat die geballert. Okay. Ja, ich auch. Okay. Hätte mehr so die Fuji im Targetieren. Ah, ja, die halte ich jetzt. Die ist mir gefährlich, ne? Was macht denn der da vor mir? Nervt mich, oder? Der schlängert sich mit seiner Tierblitzskale die ganze Zeit vor mir her. So, besser. Dann bin ich immer mehr am gucken, dass ich dem nicht, äh, dass ich dem ausweiche. Lass er sich dann mal hier auf was schieße. Oh, komm. Gibt mir alles. Da ist was auf dem Weg. Die schlängert sich aber ganz gut raus, wa? Bis jetzt. Mit ihren 3,5 Trefferpumpen, die sie noch hat. Oh, das wird ein Treffer. Ja. Da nicht. Okay. Das war ein Treffer. Und ich war's nicht. Ich war's nicht. Wirst du das? Ne? War das die Graf später hinten? Ne. Das ist keine Ahnung. Aber da ist noch eine, da ist noch eine Spähe. Guck mal. Ist noch eine Spähe. Da ist noch eine Spähe. Da ist noch eine Spähe. Äh, nix. Target. Ist die Spähe in Spähe. Der Donner ist ja alle drauf. Jo. Also nicht. Ja, da brauchst du auch ein bisschen, ein bisschen Kanonen, ein bisschen Ladung für, wenn man sie jetzt nicht gerade optimal trifft. Oder überhaupt. Ich hab's da eher so mit dem überhaupt Treffen da. Was denn heute los? Treff gar nix. Die Welt hat sich gegen mich versprochen. Die Spähe ist da. Also ich war jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass der Flugzeugträger hier unten irgendwo rumturt. Bei dem. Aber ich hab ihn nicht gesehen, du? Tja, ich glaub der geht erobern. Der ist da oben. Der ist da oben. Tatsache. He. Ich jetzt. Der liegt bei A rum oder was? Ich kann's dir nicht sagen. Ich hab keine Ahnung wo der rumfährt. Fahr mal da durch. Fahr mal nach A rüber. Ja. Bin ich bei. Gucken ob er da irgendwo rumturt. Ähm. Ich meine die Punkte. Technisch sieht's ja für uns ganz gut aus. Ja. Wir werden jetzt einfach mal da durch die Lücke hupen und da gucken wir mal. Ja. Ein paar Räder noch mal ein bisschen hoch. Du sagst ja was durch die Lücke hupen. So. Nebelhorn. Das wär aber was hier. Ja. Nebel. Wie Nebel. Wie Nebel. Ein Nebelhorn. Nebelhorn. Mhm. Schönes Genick. Naja. Was bringt's? Frage ich jetzt mal. Spaß. Ich hab's. Ich hab die, die North Carolina gefunden. Oder in diesem Fall auch Endpunkt Carolina genannt. Und der Träger schlagen kann. Hm. Der Träger ist oft sehr ernst. Ja. Im Träger hab ich auch vor der Nase. Aber in 23,4 da komm ich so nicht dran. Ja. Immer. Ne. Wie kann das nicht? Ja. Alles zuschalten was ich hab hier. Und go. Einmal mittendurch. wenn er möchte ich wenigstens noch erobern oder zumindest daran mitwirken so da sind wir beide drin doch dahin komme ich eh nicht mehr an ich bremse ne der träger und das schlachtschiff die sind zu weit weg werden wir schon 938 punkte wenn wir haben jetzt geht gleich geht es noch schneller unterstützt jetzt gleich noch schneller dann hast du keine chance mehr waffenreichweite der hauptbatterie 16 kilometer und die sind auf 20 da kriegen wir noch nicht mehr menschen und der sieg ist unser in 321 jetzt ja ist damals ist das nicht schön ja 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 gott gott ja meine güte glaube ich brauche eine brille oder so da ist er nürnberg meine güte so zumindest gewonnen davon auch die punkte eingesagt die freien ep auch wieder hochgetrieben herrlich herrlich ja wie gesagt wäre jetzt sehr begeistert von einer nicht die kreise noch mal ins gefecht lenken könnte ja das ist doch eine idee könnte zwar hart werden für mich aber egal hat bin ich ja gewohnt das hartes gefecht natürlich selbstverständlich guck mal ja gut ja gut scheißen spieler tier 10 dabei aber kein flugzeugträger keiner und nur drei zerstörer ouchen 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 aber tier 10 ouch ouch also montana ja das gibt jetzt gleich stark auf seaborga Missouri und Friedrichshawith also aus aerone ei 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 immer auf die visuellen sektor hier verdammt also ich werde mich jetzt definitiv jetzt zurückhaltend halbe kraft ein bisschen weiter hinten bleiben und fühlt sich für den schlachtschiff ja sowieso oder spiel mal wieder zerstörer und vermitten rein ok ja das wird jetzt und kick wahnsinnig gut wie das zumal die jungs sich mit der strecke ja ich werde meine röhrchen drehen auf die rechte seite und dann drehe ich mal mein ganzes schiff auf die rechte linke seite so ganz langsam und gemacht ja das andere hat keinen sinn ich dann da rein fahren und so ein 10er schlachtschiff das zerlegt mich doch mal hingucken er braucht ja nur anvisieren hat er mich ja schon versenkt da hinten kohle treuer punkte der hat was doppelt so viel wie ich 105.000 hallo ich habe 58.200 und halte das für viel ist doch so das wird böse auf die nase gehen ganz böse der kriegt gerade irgendein zerstörer dass man gerade irgendein zerstörer ordentlich was hat in die bismar komme ich nicht dran Die G-Ring ist weg. Die G-Ring ist weg, die G-Ring ist weg, die G-Ring ist weg. Die Biss mal kombinieren. Keine Chance. Er gibt sich vielleicht noch. Die Kurfürst kriegt gerade auch aufs Auge. Ich drehe mal gerade so ein bisschen bei und werde noch mal ein bisschen langsamer. Dann habe ich so hinter dem Nebel vielleicht auch mal die Chance noch auf was zu schießen. Was Kurfürst heißt. Die G-Ring ist weg. Ich sehe gar nicht. Das ist hoch. Die hinteren Inseln. Hat sie aber einer nahe versteckt. Ist das ein Brecher? Oh ja. Also als die North Carolina gerade ins Bild gekommen ist, habe ich gedacht die wäre groß. jetzt. Und da habe ich den Bug von der... Boah. Blablabla. Das ist schon leichte Ansage, ne? Gar nicht schlecht. Aber sowas wie die North Carolina, da schießen wir doch. Das kennen wir doch. Da schießen wir doch regelmäßig drauf auf sowas. Ich müsste nochmal nachladen hier. Eine kleine. Jungs, gib mal ein bisschen Gas. Kann doch nicht angehen hier. Huch. Da hinten ist auch noch was. Amalima. Irgendwas schießt da nur auf mich. Geh weg. Ich kann nicht so ganz sehen, was da auf mich schießt. Was auch immer hat mich sogar getroffen. Ich bin bei dreien im Target? Ne los. Jetzt echt. Feueralarm. Rand am Heck. Rand am Heck. Sowas. Da fahr ich jetzt einfach mal hinten um die Insel rum. Mal gucken. Bei wem bin ich denn noch am Target? Bei der Hindenburg. Da dran. Definitiv der Berg. Boah, das ist aber eine Runde, du. So. Mit T7 gegen T10. Na ja. Ich bin schon Unterwasser. Was? Ja klar. Du als Meister des Zerstörers? Das Unterwasser zerstören. Fassbar starke Sekundär. Hat die Kurfürst? Mhm. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Wird wahrscheinlich mit ihrer Sekundär schon den Schaden machen, denn du wart hier 5 oder 4 und ja primär hast. Ja. Also das habe ich nun. Das hat die nicht wirklich gejuckt. Ich will auch gar nicht nah dran. Also ich versuche mich eigentlich so ein bisschen auf Distanz zu halten und möglichst da fast vernünftig zu treffen. Ja. Das wäre echt geil. Das lässt sich auch hinter der Insel die Kurfürst. Ganz dicht dran. In BDSG. Ich sehe sie. Und ich bin aber überlegen, ob ich da einfach mal ran fahre. Ja. Dann komm, ich mach's mal. Cool, sie sind aber auch alle ganz vorsichtig mit der Kurfürst, ne? Bumm, weg ist er. Ja. Als hat sie Torpedos abgekriegt. Da sind wir eben 8 Stück reingenommen. Pff. 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 Pass auf mit deiner... Tzapef. Oder wie die da heißt. Unser Team hat die Führung übernommen. Hm, das war knapp keiner. Pff. So. Dann drehen wir mal wieder rum. Ab um die Insel und dann auf die Bismarck. Eine beinahe Karolage. Was hat die eigentlich da für ein komisches Ding da oben drauf? Die Chapo oder Chapef oder wie die heißt. Er hat da so ein Ding oben drauf, das sieht fast aus wie so ein Gasttank oder so. So ein Wetterballon. Kennst du das? Ich rede auch nicht mit ihm. Achso, mein Mike-Wopf, sorry. Ja, ja. Ich sag, ich gucke mir das gerade aus der Nähe an. Funktioniert das? Keine Ahnung. Könnte auch eine Brücke sein. Ich kann es ja nicht wirklich sagen. Komische Brücke. Auch in der Brücke. In Burg. In den Burg. Nix wie drauf. Ne, das waren drei Treffer. Ich habe an der Hinburg irgendwie mehr Schaden gemacht als die an mir. Guck mal so was. Ah, fdx85. Ja, danke für erst mal Schubendabend. Und ja, danke für die Info. Das ist nur eine hellige Tarnung. Die Tarnung hat so einen Ballon? Egal aus. Also ist das ein Kürbis wahrscheinlich. Nehme ich an. Dass ein Kürbis darstellen soll. Jetzt. Ich bin so nah dran. Meine Sekundär ist schon am Ballern. Oh. Oh. Oh mein Gott. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe jetzt ein kleines Problem. Nein. Ich kriege jetzt gleich eine volle Breitseite Torpedos ab. Das sind sieben Probleme. Ende Gelände. Oh. Oh. Und Nachschlag. Ja. Mag ja sein, aber ich habe eine Iowa dazwischen gehabt. Ich wollte doch unsere Iowa nicht abknallen mit meinen Torpedos. Jetzt hätte ich sie angeladen. Danke für den Tipp. Ja. Das ist natürlich so eine Sache. Ne. Wette mit. Ich hätte wahrscheinlich die Iowa versenkt, wenn ich es versucht hätte. Im Stück. Verflixt, ey. Ja, es ist aber auch eine harte Runde. Ja. Das ist hier sieben. Gegen dir. Du bist ja auch schon aufgrund. Mittlerweile ist es schon unaufrund. Ja. Und noch eine dran hängt. Ja komm. Ja komm. Einer noch. Wir wollten ja eigentlich Schluss machen. Jetzt aber ein Hänger noch dran, oder? Einer geht noch. Einer geht noch. 270? Ja. Einmal Zerstörer. Die Freien mit Fronttorpedos. Mit Frontrohren. Ja ne? Bin ich bei. Ja. 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 Wo ist er denn? Weg. Ah. Ja. Nicht so ganz weg. Nur außerhalb des Bildes. Ich muss so ein bisschen rüber scrollen. Ja. Ja. Wie gesagt. So ab und zu hilft ja ein Tipp. Man ist ja nicht immer so hundertprozentig auf der Höhe manchmal. Wenn man sich dann auf irgendwas konzentriert. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt, dass du das geschrieben hast. Alles gut. In dem Fall habe ich sie wirklich deswegen nicht benutzt, weil noch eine Iowa zwischen. Und bis jetzt habe ich es geschafft. Ich war noch nicht einmal rot markiert glaube ich. Doch nie. Noch nie. Das ist schon richtig gut. Bis jetzt noch nicht. Die paar Male, wo es dann wirklich fast dazu gekommen ist, hatte ich schweinemäßig Glück, dass die noch irgendwie knapp dran vorbeiging. Dass dann derjenige noch reagiert hat. Na die wäre schön. Allerdings die Aufgabe. Und das eine Mal. Wieso? Oh nö. Oh nö. Oh nö. Ich bin nicht. Oh. Verschone mich damit. Ich weiß nicht. 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 Da komm, lass uns rüber fahren. Sie alle versenken und abhauen. Kurse bin ich quasi. Natürlich. Reit fahren, versenken, tüßen. Lass mal auf. Ich gehe links durch diesen geschlängelten. Das ist da auch so rein. Link, also quasi. Ja, genau. Links am Festland vorbei. Ja, genau. So um die Ecke. Am Festland und inzwischen den beiden Inseln durch. Da erwartest du mit Sicherheit recht. Obwohl wir könnten jetzt momentan gut helfen, den mittleren Ring zu kriegen, indem wir uns da vor die Insel, also hinter die Insel, in den Außendring setzen. Ja, komm. Dann so. Dann sind wir ja noch wieder. Dann haben wir ihn dann. Wir werden nicht gesehen und es sind dann, sagen wir, viele unserer Schiffe im äußeren Ring. Dann machen wir das. Dann könnten wir eine gute Chance haben, den grün zu färben. Dafür ist die Insel hier ein super versteckt. Ich werde mich jetzt auch direkt, ich werde jetzt auch direkt eine Vollbremsung hinlegen hier, nehme ich mit dem Heck da mal so reinfahre in die Insel. Bock. Angelegen. Die Weise komme ich auch sofort wieder weg. Aber jetzt und rückwärts. Na. Das ist eine gute Idee. Ich lege auch mal kurz an hier. Mach das. Da ist jetzt natürlich leider keine. Doch, du kannst den Stein da nehmen. Guck mal, da kommt das vorbei. Super. Ist er sich eingenebelt? Da hat man jetzt so super drauf schießen können. Und bringt das was mit dem Ring? Nö. Nö. Ich glaube nicht. Komm, dann lass uns wieder. Geh raus. Ja. Rückwärts. 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 Schade, ich habe gedacht, dass das eine, ich hatte das jetzt für eine gute Taktik gehalten. Ich mache so ein bisschen zickelzack. 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 Ich war hinten wie in so rum. Ich habe schon, dass ich nehme den ursprünglichen Plan da auf. Okay. Ich folge jetzt mal der Oma in ihr feuchtes Grab. Ach nee. Ich habe einen Schlachter hier. Ja. Ach so. Ich habe ja eine Ischizuki. Ischizuki. Aber ich bin gerade leider in der zweiten Reihe sehr um. Ja, ich habe das mit der Reihe auch leider gerade nicht so gepachtet. Mal abdrehen. Boah, komm, da kommt Top-D los. Da kommen die Top-Den. Zack. Die gehen vorbei. Die gehen auch vorbei. Super. So, das mit der zweiten Reihe hat sich gerade erledigt. In der ist gesungen. Immer bis nach. So, da kommt nicht was um die Insel rum, oder? Ist das verkehrt? Uiuhuhu. Uiuhuhu. Mag nicht. Ich mag nicht. Ja, und ich bin raus. Ich leider wahrscheinlich gleich auch. Alleine, weil das mit den Torpedos nicht hingehauen hat. Nein. Das gegenlässische Team hat die Führung übernommen. Nein. Ich fahre mich fest. Ich fahre mich fest. Ich habe mich festgefahren. Jetzt bin ich Geschichte. Und sowas von Geschichte. nein das ist ganz schnell aus der runde das ging ja gar nicht oder guck dir mal das trocken allgemein nicht so gut aus die runde jetzt geht er jetzt jetzt ist er kaputt ich möchte jetzt aber ehrlich gesagt nicht so den schwanz an knallt und feiern machen richtig ist nicht so mal wie denn kommt nicht einfach hinterher warum ja warum ich schon nicht für mich was habe ich denn fünf was habe ich in 55 55 habe ich in texas auf geht's mit gewollt das werden die nicht bei dem wind wirklich meine nachbarn mit auf jetzt bei den wänden wahrscheinlich schon lange genug geknechtet wenn ich hier so nächtens ein stream machen die ganz anderen quatschen bin bin nämlich spitz ordner bringen hat alles mit hier ja ich auch das mit mit wahrscheinlich auf gegenseitigkeit beruhen würde ich in dem fall von alles geht ja aber reden ist kein übermäßiger lärm und ich verboten also alles gut zwei flugzeugträger zwei markt flugzeugträger nicht naja gut nicht so so was haben wir das auf teilen du stehst darum die herum die fiji dreht nach das pg dreht nach rechts ab würde das auch tun ich bin jetzt mal so rechts auf die lücke zwischen den beiden inseln ziehen ok erst mal und dann im bedarfsfall rechts an der großen vorbei klar steht und dreht die dinger nach oben fünf türme und alle am einschlafen wie es hat ein schlachtschiff ja die habe ich tatsächlich mal sag jetzt mal im ei gehabt also im container denn auf einmal hatte ich sie das war auch ein glücksfack wie ich sagen ja ich fand das gut die hätte ich mir sowieso nie geholt zumal ich die amerikaner gar nicht hoch gespielt hätte hochspielen will oder wollte aber ist momentan tatsächlich das einzige was ich als tier 5 habe die texas bist du mal auf irgendwas ja oh ist ja was komm ich ja nicht dran kommst du da dran ja bist du von der reichweite 21 und kommen wir noch 16 mit bauflugzeug oder was ok 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 ja das wäre nett dazu zu sagen ich fühlte mich ich fühlte mich gerade so benachteiligt du benachteiligt ja was 21 ja gut klar das habe ich ja bei der molotow auch jetzt irgendwie 16 5 oder so oder 17 und mit bordflugzeug kommt es dann auf 22 22 oder 22 5 da hat schon ordentlich reichweite nun leider hätte er kann nichts aus ähnlich wie eine cola dose einmal getroffen wird hast du von noch da haben sie mich auch schon halb runter ich habe es für 54.000 ich sehe das gerade wenn sie mir nicht das zerstörer wollen wir spazen auf kanonen schießen ha 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 die nächste zitadelle ich weiß das heißt mit kanonen auf spazer schießen aber ich mache das doch so gerne ich verdrehe doch so gerne die worte da kommt torpedos an der seite ach vom flugzeug die leute ich drehe mal um hallo ob der kein mensch hier also ich würde ein bisschen auf deine maschine aufpassen wo drauf willst du aufpassen auf deine maschine meine maschine willst du aufpassen nein ich nicht du ich so also ich mache gerade rückenflug rückenschwimmen sind gerade oben so schnell geht das so schnell geht dann auch nicht du bist du nicht das vorhin ja weißt du was sie auch ziemlich weit vorne nicht wie da ich weiß wie schnell Ja. Wo ist das? Ja. Ja. Ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Sieh mal zu, dass ich aus den ganzen Dingen herauskomme. Oh. Vergesst du. Beck ist der Zerstörer. Sehr schön. Kann ich jetzt wieder was anderes ziehen, ne? Zum Beispiel auf eine Queen Elisabeth oder so. Die so nett war, mir ein paar Treffer zu gönnen. Muss ich doch noch verranchieren. Du kannst dir das zurück. Selbstverständlich. Naja. Zumindest versuche ich es. Moment treffe ich eigentlich sehr sehr gut das Wasser. Das ist nicht so leicht. Das wird gut. Das wird gut. Hm. Weil die aber schießen, wie sagt Nüsse, treffen sie mich natürlich, wenn ich ausweiche. Das heißt, wenn ich nicht ausgewichen, werden sie mich nicht getroffen. Unglaublich. 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 Echt. Lass mal wieder gegenrappen hier. Gleich wieder ready. Zack. Der Kahn sieht aber aus. Mann, Mann, Mann. Ja, da sind bestimmt ein paar Löcher. Du kannst ja nur lustigst dagegen aufrufen. Ja. 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 Du weißt, was ich davon halte. Ja. Oh Mann. Der Kahn sieht aus wie Hund, aber die Schade, die werden noch. Ja. Hauptsache eins. Ja wirklich auch was wie aus dem Tal gezogen. Ey. Treffe ich auch mal irgendwas oder was? Also. Ich hatte bis gerade eben vier Treffer. Das geht gar nicht. Das Ding ist echt wie eine Schrotflinte. Der das soviel trefft. Aber ohne Lauf. Ja. Ich hab mal. Ja. Du triffst da nichts mit. Das ist. Ja. Jetzt ist bei der Haaruna so ähnlich. Ach, jetzt. Ja, ich glaube. Jetzt kommt vorliegen, auch noch angeschrissen hier. Die Olle Belfast. Er sehe ich ja, sicher dort. Ich hoffe, es ist gleich so noch mal ausgeglichen. Ja, das Feuer gibt mir jetzt den Rest, jetzt Ende. Dann in einer Minute 10 erst. Oder so. Ich bin jetzt mal ins feuchte Grab gefolgt. Gehe jetzt mal Richtung Hafen. Aha. Also, wir können jetzt gerne nochmal anstoßen. Rösterchen. Wie zufrieden sind sie mit dem Gefecht, dass sie gerade geschehen haben. So, Prost erstmal. Proste Sie. So. Auf einen wunderschönen Abend, den wir hatten hier. Und so. Ich werde mich jetzt hier verabschieden. Das heißt, wir werden uns jetzt hier verabschieden. Und wünsche euch allen noch einen wundervunder vollen Sonntagabend. Eine ruhige Woche. Ich werde jetzt die Woche über wieder mit Evo Winter kommen. Und mal gucken. Vielleicht noch Honest City Skylines. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Weil bei dem Spiel, da träume ich irgendwie mal so ein. Da habe ich es nicht so mit dem Moderieren. Ähm. Egal, würde ich sagen. So. Wir werden es mal ausprobieren bei Gelegenheit. Also, wie gesagt. Einen ruhigen Sonntagabend noch. Lasst es euch gut gehen. Angeleite Woche. Und ich bin jetzt hier raus. Der Sanko sagt Tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Macht's gut. Bye, Heshiho. Bye, Heshiho. Bye, Heshiho. Bye, Heshiho. Bye, Heshiho.